Hallo zusammen, ich bin Bösser Gummibaum und willkommen zu einem weiteren Livestream. Wir werden wieder Battleboilers spielen, wie angekündigt. Servus, Herr Mjot. Ich glaube, wir sind relativ reich mittlerweile, oder? Oder habe ich das ganze Geld schon wieder ausgegeben? Und ich glaube, wir haben immer noch kein Glück gehabt, Jäger zu fällen. Also wir haben ein paar Jäger, aber nicht so viele. Ich bin in Lugni-Stat, okay. Eidi-Eidi, warte mal, geldmäßig? 5.500, das ist zumindest reicher, als wir vorher waren. Wir haben Shit, den man verkaufen könnte. Ist Lugni-Stat nicht willig, mir dafür einen adäquaten Betrag zu überweisen? Doch, doch. Das ist ja durchaus brauchbar. Okay, dann werden wir mal anfangen, ein bisschen aufzuräumen hier in unserem Inventar. Wie ist das DLC? Sehr spaßig bis jetzt, sobald ich noch gar nicht so viel DLC-Zeug gemacht habe. Der Gladiator-Start macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil die drei Gladiator, mit denen man anfängt, haben alle eine spezielle Fähigkeit. Zum Beispiel, ja, hier Gains 5%, Damage Reduction with every hit taken up to a limit of 25% und so weiter. Alle drei Starter haben eine spezielle Fähigkeit, was ziemlich spaßig ist. Die Gegner sind ziemlich schwer, muss ich sagen. Also die neuen Nomaden, die sind ein bisschen schlimmer als die Brigands, die man schon so kennt. Ähm, okidoki, okidoki, okidoki. Wo war man? Ey, Skoblin, vielen Dank für den Follow. So, ich meine, ich kann jetzt eigentlich schon fast alle Rundschilder verkaufen. Wir werden eine Axt loswerden, wir werden ein Kleaver loswerden, wir werden zwei Buttermesser. Ich benutze gerade Iniflales, obwohl ich sie gegen Raiders manchmal benutzen sollte. Ich glaube, wir können die Skipmas loswerden, wenn ich mich richtig erinnere, war das Arming Sword einfach nur besser, weil sie mehr, ja, gleich, außer dass das effektiver ist gegen Armor. Schau mal, die Sperre behalten wir, falls wir danach Zerrer oder sowas auftauchen. Die Tour in the Mace behalten wir, falls wir eine weitere Boe ausstatten müssen. Das kommt auch alles weg. Wollten wir uns jetzt nicht mal in die Wildnis wagen, ich glaube. Aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen, ich dachte, ich habe noch ein bisschen zu wenig Dudes und es gibt aber niemanden gescheiten anzuhören momentan, was mich natürlich sehr traurig macht. Will ich sonst noch was verhökern? Wenn euch ist es besser, du bist 225, du bist 110. Okay, wir werden euch beide los, dich können auch noch loswerden, dich werden wir los. Dich werden wir los, sind auf 8600, that's nice. Brauche ich Munition? Ich habe ja keine Jäger, deswegen brauche ich nicht Munition. Wir kaufen uns mal ein bisschen Smoked Ham, nachdem sich die Gladiatoren darüber aufgeregt haben, dass es bei uns nicht gutes Essen gibt, was eine dreckige Lüge ist, aber wir müssen ja irgendwie dazu schauen, dass die Leute glücklich sind, nicht wahr? Wir haben 11 von 12, okay. Ich meine, damit kann man eigentlich schon in die Wildnis gehen, wenn man will. Baldwin hier ist noch ein mögliches Opfer. Ah ja, den habe ich gerade neu angeheuert, nicht wahr? Der ist auch ein mögliches Opfer, weil er eigentlich eher Kacke ist. Was hast du für Aufträge? Habe ich mir die noch gar nicht angeschaut. Gib mir mehr. Escort Caravan, natürlich ist es Escort Caravan, oder irgendwas irgendwo hinbringen. Samway to the South East, ein Samway around the... Ich glaube, das kennen wir auch schon. Wir saufen einmal... So, jetzt ist es ein bisschen... Beating Orcs in Battle, wir haben noch gar keine Greenskins gesehen. Hey, servus, Venti. Wir haben noch gar keine Greenskins gesehen, also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Two Dawson, das passiert auch nicht so bald. Nothing commands respect as a trophy for giant beast of the frozen wastes. Äh, ei, 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 das ist alles. Ich glaube, Orcs, you'll be rewarded in unique... Ja, ich glaube, wir machen das Orcs zuerst. Ich habe zwar noch keine gesehen, aber das ist immer noch realistischer als die anderen. Dann habe ich das Gefühl. Entweder gehen wir in den Westen in die Wildnis, oder ich meine, wenn wir gerade schon hier rumstehen, können wir auch da oben reingehen. Das sind dann halt mehr Barbarians, glaube ich. Weil es ja auch nicht unbedingt schadet. Aber am liebsten hätte ich natürlich noch mehr Brigands. Ich weiß noch nicht genau, wo die Brigands auf der Map sind bisher. Da könnten sie sein... Da könnte ich halt dann später wieder nach Tandorf schauen, was geil wäre. Ich meine, das werden 100% Barbarians sein. Da habe ich mehr Brigands Chance. Ich glaube, wir schauen zuerst hier in den Westen. Ich glaube, es macht ein bisschen mehr Sinn. Obwohl das jetzt ewig dauert, bis ich da in den Fog of War komme. Aber wir haben gut Essen. Okay. Wir sollten dann... Jetzt sollten wir dann wirklich mal in die Gladiatoren-Schule oder so gehen. Ja, was bist du? Du bist eine Battle-Side, leider. Also Gladiatoren-Schule. Ich meine die Arena. Das Blöde ist nur, dass auf der Karte die Arena hier ist. Was ziemlich arschig ist. Das hat nicht mal einen Hafen. Das heißt, wir müssen halt da rüberlaufen. Wobei wir dann hier rumlaufen könnten und auch noch ein paar da in die Wildnis gehen. Das machen wir vielleicht als nächstes, falls das hier ein Reinfall ist. Was ich mir gut vorstellen könnte. Normalerweise, wenn ich in die Wildnis gehe, geht alles schief. Oh, was bist du? First Kings Final Race. Das sind Untote. Das gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Aber anschauen kann man sich das ja trotzdem. Wir haben zumindest einen Sergeant jetzt. Ähm... This could be worse. Das hast du... Meines... Oh, ihr habt noch die falschen Waffen, by the way. Sollatenkönig ist doch Hammer Dude, oder? Du bist Hammer Dude. Ja, du brauchst einen Hammer. Das ist eh gut gegen Legionaries oder so. Solche Art böses Gesocks. Okay. Ähm... Schauen wir mal, was es ist. Nehmen wir dann Wiedergänger mit Necromancer. Wäre so ziemlich das beste Ergebnis. Ey! Servus, Eboe! Oh! Okay. Das sieht nach Wiedergänger mit... Probably Necromancer. Ich meine, noch einfacher wäre es, wenn es keine Necromancer gibt. Aber das wage ich leicht zu bezweifeln. Das waren die Geister, glaube ich. Ich glaube, da sind vier Geister dabei, wahrscheinlich. Die haben noch hohe Initiative und bewegen sich am Anfang nicht. Es könnten auch mal 17 Wiedergänger mit, ähm... Vier Geistern sein. Wenn es vier Geister, Necromancer und ein paar Fallen Heroes sind, können es schmerzhaft werden. Noch kein Fallen Hero gesehen bis jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, fünf, sechs, fünf, sechs, dreizehn, plus die vier Geister sind wir auf siebzehn. Vier Fallen Heroes höchstens. Ähm... That's fine. Das ist weit, oder? Will ich mich da irgendwie vernünftiger aufstellen oder so? Hier hätten wir... Okay, das ist kein so schlechter Jokepoint. Jetzt müssen wir das so machen. Okay, da ist der erste Fallen Hero. Okay, wir können eins, zwei... Äh, die wollen aber da außen rum. Das wird ein bisschen nervig werden. Aber wir können euch beiden hier... Eins, zwei, drei... Na, dann haben wir nicht mehr genug für hier. Eigentlich würde ich das hier gerne abschließen. Aber das wird ein bisschen schwierig, weil das zu viele Leute sind. Ich meine, du kannst dich hier hinhauen mit einer... Also nicht du. Er kann sich hier hinhauen mit einer Spearwall. Wieso ist deine Rüstung noch nicht fertig, Junge? Das ist nicht gut. Eins, zwei, drei... Hm. Ich hätte da nicht raufgehen sollen. Ich hätte vorher nachziehen sollen. Du gehst jetzt natürlich auch hier hin, aber das... Dann kommen sie um dich rum. Nein, geh du mal da hin. Naja, da sind wir schon die zwei Geister. Keine Necromancer aber, glaube ich. Das wäre... Das wäre super, wenn es keine Necromancer gäbe. Wir haben eine Peitsche. Ähm... Zahiri hat eine Peitsche. Was gut ist gegen die Geister. Ähm... Wir haben dich mit deinem Rally. Ich glaube, du bleibst einfach alleine stehen. Ehrlich gesagt. Frage. Du kannst da hin. Da ist nichts Schwieriges da oben dabei. Du kommst hier hin. Hier hin. Hier hin. Äh... Mit dir bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Geh mal da hin, da weil. Du gehst da hin. Du wartest. Bewegt es euch schon nach vorne? Nein, ihr wartet es noch brav. Das finde ich sehr freundlich von euch. Weiß ich zu schätzen. Ähm... Müsst du noch einmal warten jetzt? Ja, warte mal. Da wärst du zumindest in Reichweite von allen für Rally. Ja, okay. Das heißt, du musst ihn wahrscheinlich wegschubsen. Ansonsten sehe ich ein bisschen schwarz hier für unsere Spearwall. Die doch sehr angenehm wäre. Naja, das wird keine Spearwall, wenn die alle drankommen zuerst. Okay. Na, jetzt könnte es hier noch ausgehen. Ey, Zez! Vielen Dank für die Abo-Verlängerung. Und Servus. Ähm... Ich meine, das ist mehr so Dolch Bros-Aufgabe hier. Weil du hast keine Rüstung. Wir können da eh noch mal warten. Das wär jetzt super, wenn du das hinkriegen könntest. Dankeschön. Und dann hauen wir die Spearwall hinterher. Äh, du wartest. Es ist nur ein Fallen Hero. Das sollte dann schon sehr machbar sein. Wir müssen nur die... Es sind, wie gesagt... Ich glaube, ich meine, ich sehe nur zwei, aber ich glaube, es sind vier Geister. Das könnte unangenehm werden. Du machst mal eine Spearwall. Ich könnte noch hier rüber. Aber eigentlich ist das so gar nicht so schlecht. Der Fallen Hero hat auch keine Zweihandwaffe, was mir sehr gut gefällt. Okay, ähm... Das ist der erste Geist. Es wär natürlich schön. Äh... Wenn wir den gleich einmal beschäftigen könnten... Das ist nur ein bisschen gefährlich. Du bist in der Nähe der Rallye. Du bist da nur in der Mitte von sehr viel Shit. Ist das eine gute Idee, mit dir da hinzulaufen, lieber Ceres? Das ist... Das ist eigentlich... Das ist auch nicht... Ähm... Du gehst... Fuck, gehst du jetzt da hin oder nicht? In so einer Institution? Ich glaube, nein. Ich glaube, die Antwort ist nein. Ist die Antwort nein da? Ist sie wirklich nein? Wer kommt denn noch alles dran? Du kommst auch dran. Du könntest hier hin. Es ist nicht so scheiße. Fuck it. Angriff ist die beste Verteidigung. Oder so ähnlich. Ähm... Du könntest dabei nichts machen. Du solltest vielleicht hier rüber und auf die Peitsche wechseln. Weil ich meine... Das einzig Gefährliche hier wirklich... Nachdem der nur eine Einhandwaffe hat... Sind die... Sind die Geister. Für sure. Vollschisslos. Ähm... Ich frage jetzt nur, komme ich zu den Geistern? Warte mal. Du kannst da hin und du kannst da hin. Dann könnte ich zwei vielleicht kaputt machen. Super dangerous, doch. Ich glaube, das ist ein Fehler. Fuck it. Let's go. Oh no. Ähm... Ja. Ja, das könnte... Das könnte überall ausgehen. Ich meine, mir ist ein huge Mistake. Deutsch, Bro, wäre eigentlich gut gegen die Geisties. Du musst hier aushelfen, komm. Nachdem ich jetzt so fucking rigoros nach vorne gelaufen bin. Okay, gut, gut, gut. Gut. Äh, that's fine. Du bist nicht... Du bist... Ja, nichts ist passiert. Perfect. Ähm... Warte dabei kurz. Kühlen. Kühlen. Zwei mal die 63% Chance verpasst. Not a big fan of that. Muss ich jetzt einfach so sagen. Not a fucking big fan of that. Okay. Äh, sure. Du kannst nur die peitschen. Not cool. Not cool at all. Äh, okay. So weit... So weit hat es eher weniger gut geklappt. Könnte man jetzt behaupten. Aber wir haben... Wir haben noch Chancen. Ähm... Schade. Das wäre cool gewesen, wenn du den getroffen hättest. Hüte mich. Du hast schon so oft diesen Hut aufgehabt, Eboe. Ich weiß nicht, was du hast. Ich glaube, die schon auf zwei... Zwei Eboes haben... Sind schon glorreich gestorben. Nur mit Hut bekleidet. Ich habe gedacht, das ist dein Traum hier. Ich weiß nicht, was du hast. Ähm... Wann kommst du dran? Du kommst irgendwie nie dran. Ich bin der Neug... Ja, Leute. Leute. Leute, Leute, Leute. Können wir ein bisschen was treffen? Au. Ja, okay. Das funktioniert sogar. Das ist auch gut. Ich muss sagen, die Spearballs machen sich gerade bezahlt. Kannst du den treffen? 42% Chance. Ja, ich meine... Wenn man die 63% Chance nicht trifft, dann muss man halt die 42% Chance treffen. Das ist schon so. Okay, wir haben einen blöden Geist weniger. Das sind nur noch drei. Aber der eine da irgendwie einen Spaziergang macht da oben. Oh, shit. Die Spearwall ist leider fertig. Da wird auch keine neue draus. Sind zu viele von denen. Ähm... Kann ich dich? Ja, aber das geht ja nicht. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich den Geist da oben jagen gehen kann. Aber du bist da außer Reichweite des Sergeants. Dann wirst du schlicht und einfach nur fliehen. Und dann wirst du vom Geist mit den Opportunitätsattacken grausamer modet werden. Which is not good. Bist du zu weit oben? Maybe. Wobei, die ganzen Geister sind auch oben. Alle finden die grünen Jägerhüte toll. Super! Dann können Sie hier eine Petition machen, dass die grünen Jägerhüte 200 Rüstungen bekommen oder so. Weil ab dann bin ich auch ein Fan von ihnen. Okay, jetzt kommen die Geister. Ich mache mir ein bisschen Sorge um dich. Okay, da bist du. Oh, oh, oh. Don't, don't do it, don't do it. Come on, du do. Oh, er ist ihm nur 20%. Haben sie das genervt? Oder bist du aber nur scheiße? Sind Whips nicht mehr so gut gegen Geister? Nein, fair enough, wenn das nur so eine kleine Chance ist. Niemand ist fliehen, gell? Come on. Yes! Get him! Wieder schauen. Da unten, glaube ich, tun wir einfach mal so allgemein ins Getümmel schießen. Jetzt haben wir nur noch den Pisser. Aber der ist ein bisschen weit hinten. So, du könntest jetzt mal ein bisschen für deine Moral hier ein bisschen aufräumen gehen, nicht? Einmal, zweimal gut zugelangt. Okay, leider nichts gekillt. It's fine. Nein, das ist ganz schlecht. Jetzt, 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 ich wollte da rüber... Leute, ich stehe jetzt im Weg schon wieder. Mein Gott, hey. Mein Gott. Ich meine... Oh Gott, du stehst da dahinter. Das ist auch so erneuert. Naja, ich weiß, dass das hier unangenehm wird. Das war irgendwie logisch. Einmal, zweimal, der ist auch noch nicht tot. Es wird hier von Zombie-Seite im Allgemeinen ein wenig zu wenig gestorben. Wollen wir, weil die alle nochmal aufstehen? Ja, ich meine, du bist... Du bist expandable. Aber du bist nicht expandable. Das hier ist nicht expandable. Können wir ihn killen, bitte? Wie geht's so, Guntram? Having a good time? Äh, okay. Ich kriege hier nicht frei, um auf den Zombie loszugehen. Also nicht den Zombie, den Geist. Schau, das wird jetzt zum ersten Mal scheiße. Okay, das ist fine. Das ist auch so fine. Sie teilen sich Gott sei Dank gerade auf. Ich meine, du mordest dir alles weg wie nix, gell? Bam. Graf Eli weiß noch, weiß noch, was sich gehört. Äh. Okay. Okay, okay, okay. Wir kennen mal dich. Du musst wechseln. Kannst du nur noch zuhauen, ja, oder? Weil du die Mastery hast. Alright. Not too shabby. Wenn ihr nur das Sterben noch ein bisschen hinauszögern könntest. Hier wäre das super, während ich da oben, äh, mich beschäftige. Staubsauger. Ja, stimmt. Leider gibt's keinen Staubsauger. Aber es wäre mal nett. Oh oh. Oh oh. Nice. Der Heil nimmt er noch. Der Heil nimmt er noch. Ähm, okay. Punkt ist jetzt. Na, du musst halt sterben. Na, fuck. Das ist ein Ausdauerproblem. Aber du hast auch sonst nur noch einen Schuss. Ähm. Na, jetzt kill doch mal wen, hey. Äh, shit. You're so dead. Einmal. Zweimal. Äh, dich gibt's leider auch noch. Wobei, du bist nicht das Problem. Ja, 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 ja. Alle müssen natürlich wieder aufstehen. Haben wir alle einen Jesuskomplex. Jesus fucking Christ. Einmal, zweimal. Dann fangen wir an, auf dich ein bisschen einzustechen. So, jetzt bräuchten wir ein Rally, das nicht fehlt. Wäre, wäre eingenehmer gewesen. Aber, fuck it, I guess. Come on. Come on. Zahiri. Wir müssen ihn frei bekommen, damit er den Geist fertig machen gehen kann. Wenn man so lange alle zu mir kommt, sollen wir das recht sein. Weil, das ist, bin ich besser, als wenn ich auf die Bogies losgehe jetzt da hinten. Ähm, ja, ich meine, du, du bist dem Tod sehr nahe mittlerweile. Okay, du bist halbwegs vernünftig hier. Mhm, this is gonna be bad. Die haben noch kein Footwork. That makes it even worse. Okay, hättest dich mal neben den Geist gestellt. Das ist gut. Kann ich da irgendwen da hinten hingeben, damit ihr nicht alle krepiert? Ähm, kinda bad. And really bad. Ihr habt nicht mal eine Nahkampfwaffe. Mh, na, du bist leider auch noch beschäftigt. This is very problematic. Okay. Das hier. Nein, nicht fliehen, nicht fliehen. Fliehen ist blöd. Nein, schlecht. Einmal, zweimal. Dreimal. Oh, God. Äh, okay, 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 okay. This is bad. I see, I see, it is bad. Eins, zwei, drei, vier. Within four times distance. This is within four times distance. Come on. Yes. Sehr schön. Good job by you. Ähm, wir müssen irgendwie diese, ich weiß noch nicht genau wie, aber wir müssen irgendwie unsere, unsere armen Bogeys beschützen gehen, ja. Ich meine, ja, du bist hin. Äh. Ja, geht so viel los, das ist wie gesagt eine ausgezeichnete Idee. Können wir bitte, Leute. Leute, wir müssen, wir müssen Sachen killen. Es geht so nicht weiter. Aua. Nice. Well done. Well done. Geht, nicht well done. Ganz, ganz und gar nicht well fucking done. Einmal zu. Okay, langsam geht uns die Fatigue aus. Ich glaube, es ist Zeit für das Hündchen. Ey, 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 ey. Nicht wirklich wehtun. Okay. Good for you, I guess. Aber du bist noch dran? Please. Please. Ich weiß, es sind nur 32, aber come on, mach mich stolz. Nein. You fucking idiot. Trainier ausweichen. No. Okay. Okay, okay, okay. This is an absolute fucking Massacre here. Please. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Okay. Okay, okay, okay. Please. Maggapriest. Nein. Oh, God. Er hat nicht... Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, fuck me. Okay. Er... Er... Er schafft's nicht. Er schafft's nicht. Ich meine, hier unten schaut die Welt schon wieder besser aus. Hier oben schaut die Welt absolut beschissen aus. Wie viele von denen stehen jetzt wieder auf? Yeah, bla, 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 bla. Nobody fucking cares. Äh, einmal... Okay, ich muss ja irgendwann recover machen. Stipp du. Okay. Dude. Dude. Oh, God. Oh, God. Es ist auch noch der drei Sterne. What have I done? No! Oh, he's so dead. He's so incredibly dead. Shit. Oh, God. He's so dead. Oh, God. Pisser. The fuck war das? Du hast nicht genug. You're killing me. You're absolutely killing me. Well, well, that's it, I think. Ah, da steht da auch noch einer. Das hab ich nicht gesehen. Oh Gott, I'm losing it. Struck down oder ganz tot? Killed! Okay, okay. Okay, das ist, äh, das ist nicht gut gelaufen. Ich mein, wir gewinnen den Fight im Endeffekt, aber, oh Gott. Mir läuft jetzt schon wieder alles. Du bist zu deppert. Aua. Ja, okay, fein. Ja, okay. 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 aber das ohne hinsetzen muss tatsächlich was tut man das ist ein story danke fürs zurückkommend du pisser du musst aber eigentlich wieder gar nix machen kommen noch die bogies dran du kommst vor dem bogies dran das ist eigentlich nicht okay please ist es weil er gebissen oder ja wir haben ja wir haben die andere krisis kann nicht die und tosten krisis sein keiner ist hin ist so bad ich meine du kannst nur noch weglaufen hier eigentlich irgendwo wo nicht wieder irgendwer neu wieder aufsteht okay aber das ist nur eins pro runde gell wie viel hast du sieben naja auf in sieben runden beende ich den kampf du wirst hin vielleicht brauchen wir doch hündchen i don't know wobei er gegen das nicht viel ausrüsten äh ausrichten wird was du fließt ich hab nicht gesehen dass der auch fliegen ist der hund er geht schon auf den hund los warte dick auf den hund losgehen gibt es ja nicht sag mal kannst du irgendwann wieder genug haben für rallye bitte please ah du bist gut gegen hustung that's not good okay das schon erledigt komm ich irgendwie an diesen geist nochmal dran okay good job by you okay holy shit wir fliegt beide oh ich hab rallye ich hab wahrscheinlich nicht rallye wenn ich noch einen schritt nach vorne mache oder doch 1 2 3 fuck das gehts hier aber nicht aus und dann habe ich es nicht mehr ähm it's fine mach es einfach hier hey du fließt nicht mehr es ist ausgezeichnet ah ich hätte jetzt schon einen schritt nach vorne machen sollen fuck wann kann ich das nächste runde nicht machen hey er hat überlebt doch der hund hat zumindest überlebt ist das nicht schön so jetzt ist kurz einmal zahm mhm bin ich immer noch nicht in reichweite aber wenigstens steht sie nicht neben ihm which is good das waren die sieben runden okay cool mit Wut wäre das nicht passiert äh das war eigentlich zu bezweifeln come on please please verlieren wir das jetzt wirklich noch weil ich hab keinen sergeant mehr der rallyen kann probably actually ich weiß nicht wie wir nah genug an den kommen sollen okay irgendwer hat jetzt sich nicht eingeschissen was ich großartig finde geh mal in Richtung von dir zumindest ähm okay schade das wäre auch sehr gut gewesen ebenfalls schade wenn du hast berserk aber du hast wahrscheinlich schichten aber nicht genug fatigue god damn it kill him please könnt ihr wieder euch einkriegen nein niemand ich mein der hund den vom hund erwarte ich es nicht aber ihr könntet euch vielleicht einkriegen bevor ihr weggelaufen seid oh god oh god jedes okay okay fuck it i need to do this come on wie zum geil hast du die reichweite dahin nicht ach weil das sind okay 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 come on please killt ihn ich muss zu dem geist kommen bevor ihr alle weglauft jesus christ lord almighty ja 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 dass das nicht besonders gut läuft habe ich mir gedacht super jetzt hast du wieder die chance hier du bist du fliegen bist du fliegen bist du fliegen bist du fliegen nicht fliegen nicht fliegen nicht fliegen just breaking come on come on ein schritt nach vorne ein Todesstoß du stupid bitch oh god okay du kannst nichts mehr machen außer messern äh du hast aber noch ganz gut moral you know what fuck it let's go erhard ach du kommst da nicht vorbei an ihm wo komm ich da schneller vorbei muss das muss das dermaßen scheiße sein ich glaube nicht er hat hast du auch irgendwas solchiges nein du hast nichts solchiges okay jetzt muss nur einer nicht weglaufen that's all i need also und treffen okay du läufst jetzt auch weg zur sicherheit cool hundi hast du dich verlaufen schön dass du jetzt aufhörst zu laufen das ist wunderbar weißt du wie mir das taugt du läufst da du bist oh du bist nicht tot good for you er läuft nicht er läuft nicht come on yes oh was für ein desaster was für ein absolutes desaster holy shit hat er die 10er rein kill den blöden fallen hero oh mein gott das war schrecklich ja 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 alle laufen lauft ihr blöden pisser du kannst bitte kannst du tatsächlich schaffen zu laufen nice good job ja 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 ich merk mir wer da alles keine Eile in der Hose hat ich sag's nur ist bald Hütchenzeit es ist bald Hütchenzeit und kommt wieder hehehe 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 hey Bello komm her can we please oh god unser Sargen ist genau der einzige wo es mir wurscht ist ob er stirbt hat überlebt der wunderbare großartige absolut perfekte soldatenkönig ist leider gestorben und maggot priest sind die beide nicht da wenn sie beide nicht da sind dann wissen wir wieso sie gestorben sind ok ok ancient gold coins ich mein wir haben ein bisschen shit dafür bekommen at least aber das war es war es war schrecklich es war wirklich wirklich schrecklich ok wir müssen wir müssen zurück unsere Wunden lecken obviously und irgendwo so etwas wie gute Rekruten auftreiben ich mein ich hab genug Geld für gute Rekruten wir haben jetzt Platz gemacht für neue Rekruten nein I did not want to wieso pass ich nicht auf I don't wanna go to arms wir sind immer noch alle voller Marsch oder na 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 es ist ein Hinterhalt kill me das heißt ich kann nicht fliehen ok du ist ok wenn du stirbst oder ja da weniger ich mein wie viel sind es neun Stück kann ich bitte einfach ich will nur weg can I please can I please flee aber ich glaub da oben sind auch welche also ich kann die Ante drauf ist nein höchstwahrscheinlich ist da oben niemand da auch natürlich ist da oben irgendwo versuche irgendwie komm ich da irgendwie durch Jesus Christ nein Leute der muss reinkommen for fucks sake kommt der als letzter er kommt fast als letztes I hate it ich will mich zu irgendeinem Rand hier durchschlagen wenn möglich wenn du kannst jetzt nicht wirklich hier hin ist das Problem weil da müssen die anderen hin ich glaube wir müssen Bello setzen um sie abzulenken wenn da oben keiner von ihnen ist und wir schaffen es irgendwie darauf durch wobei der kann mich jetzt festsetzen um um which it does which is annoying wir sind jetzt auch noch confident Ähm Das ist, na, das ist Hucken, gell Ja, das ist das Falsche Äh, kannst du ihn wegschieben Nice Du kommst aber leider nur bis dahin Das heißt, du kommst immer noch nicht tatsächlich weg Du bist Baldoin Du kannst auch sterben, grundsätzlich Ähm Vielleicht opfer ich hier jetzt schlicht und einfach auch noch Baldoin dazu Um ihn hier rauszukriegen Stop it Stop it, stop it Du kannst jetzt nirgends mehr weg Cool Nice Äh, ich glaube, das ist immer noch sicherer Auch wenn es nicht sicher ist For sure Wozu geil ist da die Grenze Nächster Tod Da taucht auch noch einer auf Leute I'm not okay with this Okay, du kannst es vielleicht da noch sichern Das heißt, ich stelle mir jetzt in dem noch drei Leute Okay, da oben ist die Da oben ist die Grenze der Karte I will company weg Nice For fuck's sake Okay Ich meine, ich hoffe, ihr schafft es noch raus Wieso seid ihr so lahm? Jesus Christ Läuft's ein bisschen Ah, du bist schon wieder Eins, zwei, drei Nein, 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 der Wild erwischte dich nicht Aber bald nehme ich einmal an Hoffentlich gehen sie zu dir rüber Es wird jetzt nicht nötig, dass du gleich Pieps Was mache ich? Shieldwall, ihr Pisser Und er ist sofort gestorben Das heißt, ich komme Die können ihn schon wieder festsetzen For fuck's sake Kannst du ihn die Na, er kann einfach hin Weil ja auch noch Jetzt haben wir die Initiative von einem fucking I don't know Bekifft ein fucking Faultier habt Ja, sie kommt zuerst dran It's just so annoying Ihr kommt jetzt vorher dran Er hat gewartet Okay Okay, how to do this Okay, du kannst dahin zumindest Wenn ich jetzt retreate mit allen Dann Äh, stehen sie sich gegenseitig im Weg Bitte warten Okay Haben wir genug Platz da für die anderen drei? Eins, zwei, drei Ja, okay Ne, er macht shieldwall und so bullshit Wieso? Okay, I didn't get that Ich dachte, er kommt zuerst dran I don't really know why Ist Thorsten der Bessere auch noch? Ich meine, im Leben schaffst du's hier raus, right? Ja, dann stirbt halt noch ein Bogey auch noch dazu I don't know what to do Ich glaube nicht, dass wir das noch verteidigen können Like, der Ambush war jetzt nicht auch noch nötig Na, am letzten Kampf Ich hätte bei der Karte aufpassen sollen Äh, ja, ich glaube Bogey ist tot Oh Gott, der was horrible Ja, können wir jetzt, können wir bitte die anderen kommen Die fünf Leute, die ich noch hab Please Thank you Oh mein Gott Oh, okay 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 Usa Usa Ich brauche einen Scheiß Es ist Ich kann nicht um Ich kann nicht um 20 für 4 anfangen Bier zu trinken Oh, aber ich brauche gerade Ich brauche gerade drei Bier Dann nehmen wir den Kaffee stattdessen Wenn das kein Sogar wenn das kein Ambush ist Dann kriege ich alle raus Nur weil es ein Ambush ist Stehen sie halt um mich herum Vielleicht hätte ich's kämpfen sollen Ich glaube, es wären weniger gestorben Wenn ich's gekämpft hätte Actually Aber wenn ich mal anfange zu laufen Kann ich nicht mehr aufhören zu laufen Weil wir noch depperter stehen als vorher Okay Nah Nah Fuck you Why the fuck hast du keine Jäger Du dummes Dorf Das angeblich fucking Eine hunting Fucking cabin hat God fucking damn it Okay, wir kriegen keine Jäger Scheiß drauf Keiner braucht Jäger Wir gehen jetzt nach Meerburg Dann fahren wir runter Dann fangen wir an Leute an zu heiern Neu Frische Level 1 Leute Irgendwo auf der Welt ist es nach 4 Ja Ja True Mein Gott Hab ich schon gesagt Meerburg, du bist eine fucking Burg What the fuck ist das? Was soll das für ein Rekrutenpool sein hier? Äh Ich meine, ich glaube, wir gehen zuerst nach Dunum Festival Jetzt als allererstes brauche ich mal Rekruten Bevor wir ihnen was anderes machen Ja Das ist ein bisschen zu teuer für mich Ich mag Brawler sind manchmal gut Wir nehmen uns einen Brawler Gibt es hier einen Mönch oder sowas? Ey, es gibt Albrecht für 430 Militiamen für 430 nehmen wir uns Wir nehmen uns auch einen für 8,20 Für was sind wir jetzt? 8 von 12 Äh, ist mir zu teuer Deserter Ich meine, die haben halt nur so schlechte Moral normalerweise Dass es sich trotzdem nicht lohnt Aber ich glaube jetzt, bevor ich... 5,20 ist extrem billig Den nehmen wir uns auch noch Das wäre ein Hatschneid Aber ja Außerhalb unserer finanziellen Möglichkeiten Momentan leider Gottes Äh Um wie viel Ich hätte vorher verkaufen sollen wahrscheinlich Aber ich muss jetzt eh zuerst mal schauen Wie ich meine Leute ausrüsten kann Ah, ich habe kein Rundschild mehr Um das zu vergleichen Ich glaube 19, oder? Ne, du zahlst 19 It's actually not bad Ich frage mich, ob ich den Shit hier loswerden soll Sind wir auf 7000 Ich hätte noch keinen Mensch oder irgendwas Das möglicherweise Sergeant Material sein könnte Bastarde sind auch nicht schlecht Vielleicht checke ich mal noch den Bastard Aber es gibt nicht wirklich irgendwas Na, es gibt nichts Resolve-Starkes Vielleicht habe ich Glück gehabt Und einer von denen ist trotzdem Resolve-Stark 55, okay Okay, das Spiel Das ist typisch Battle Brothers, right? Zuerst haut es dir voll aufs Maul Und dann gibt es dir einen Brawler Ist das der Brawler? Ja Mit 2 Sterne Milie Und 2 Sterne Milie Defense 1 und 1 Sterne für dich Äh, du wirst möglicherweise Soldatenkönig 2 mal schauen Okay Albrecht Auch nicht zu verachten Hat ihn mehr Ich sollte mir auch die Resolve anschauen Von denen Ah, nix Nix Nicht mehr ein gesetzte Bär Aber das ist ein Tank Du bist mehr so Opfer Wobei du auch nicht so schlecht bist Yo, Sigma Also pretty dope Äh, ziehen wir euch mal nackt aus Damit ich sehen kann Oder es tatsächlich eure Base Stats sind Du hast nur 93 Fatigue Du hast 100 Fatigue mit Stern Du bist sehr Das ist alles nicht schlecht Nur wir haben kein Ich meine, ja Bei dir ist natürlich das hier das Problem Ich glaube, das hier wird Soldatenkönig 2 Ich glaube, der da taugt mir am besten Oh, geht sich gerade noch aus Okay, Soldatenkönig 2 War ihn wer anderer benannt Von denen, die gestorben sind? Nein Oder Ceres ist noch am Leben Xeric ist am Leben Ah, natürlich Megapriest Aber Megapriest Grafeli ist am Leben Äh, Megapriest Muss wieder Hauptmann werden Das heißt, äh Ich brauche einen besseren Rekruten dafür Oh ja, Soldatenkönig 2 Ah, wir haben so viel geile Rüstung verloren Auch noch Jetzt im zweiten Im ersten nicht Weil wir da gewonnen haben Du wirst am Anfang mal nicht am Rand stehen Du kriegst das hier und ein Dolch Kommst in die Mitte Was sind die, die mich am meisten nicht interessieren? Ich meine, deine Deine Resolve ist so kalt Eindeutig er wird Also er wird definitiv Sperr, Dude Und ich daub der Bastard Weil der ist noch cooler Der hat wenigstens mehr Resolve Die sind aber alle nicht so schlecht Okay, das ist Ah, so Irgendwas sollte in die zweite Reihe von euch Moment Ich meine, da ist ein Sternchen hier drin Das ist aber auch ganz okay, Fatigue Gehen wir dich mal in die zweite Reihe Okay, jetzt irgendwer Da kann er Spanner haben Nicht, dass es dir jetzt besonders viel bringen würde Habe ich die Peitsche noch? Ich habe die Peitsche nicht mehr Das wird immer schlimmer, Leute Können wir euch zu sehen Eine Art Hybrid machen? Habe ich das andere auch verloren? Ja, ja, der ist erst beim zweiten Mal gestorben Fakt Das heißt, ich habe keine zwei Ich habe keine zwei Teil Stangenwaffe mehr Eigentlich gibt es eine Liebe kaum Okidoki Dann werden die noch verteilt Ah, und sind die Buttermeister ausgegangen, ha? That's sad Okay Ich meine, so können wir zumindest mal wieder einen Auftrag machen Das ist noch kein Schild, Junge Schau mal, was wir zu verkaufen haben Die ganzen Dich, Dich, Dich Dich behalte ich als Preismessgerät Wenn wir jetzt so viel Rüstung verloren haben Behalte ich ein bisschen davon Just in case Hier kommt's alle weg Du kannst derweil weg Du kannst weg Oh, wir haben die Wir haben den Oh, 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 oh I forgot Wir haben noch eine Zweiteilwaffe Das ist, du kommst nach hinten Und actually Du kriegst Ausgerüstet Den her Ok Könnte schlimmer sein Nicht viel schlimmer Aber Schlimmer Drive of Briggins At Rundown Cottage Yep Definitely something I wanna do Äh, ich hätte sagen sollen Ich will mehr bezahlt haben Probably Naja, wobei Eichholz ist da Okay, wir machen zuerst das hier Wir machen zuerst das hier Und dann nehmen wir den Auftrag nach Eichholz Äh Fuck you Okay, da komm ich rüber Weil Wir da wieder Theoretisch die Chance auf Hunters haben Ohne, dass natürlich dort Irgendwelche Hunters sein werden Obwohl es eine Hunting Cabin gibt dort Was dem Spiel aber völlig scheißegal ist No Uh, immer wenn ich gerade Kaffee trinken will Kommt irgendwie so ein Bullshit By the way, ja Äh, ich will Sex Briggins angreifen, bitte Das wäre mir ein Anliegen Momentan wollen wir natürlich eigentlich immer bei Nacht kämpfen Weil wir Super nahkampforientiert sind So, die meisten von uns sind jetzt momentan noch nicht sonderlich begabt Das muss ich irgendwie, ähm Im Hinterkopf behalten Weil alle meine Veteranen gestorben sind Äh, aber Da gibt's schon noch Du bist schon begabt Seres, du bist sehr begabt Sag jetzt, will ich da einfach schon How to do this ist die Frage Warte mal kurz Oder wollen wir jetzt engagen? Maybe we do want to engage right now Soll der alten König 2 Soll der vielleicht nicht gleich nochmal sterben Ähm Wie tot kriege ich euch? Du kannst hier eine Spearwall machen Ich komme nicht mit einem dritten daher Und du kannst nicht 2 Schritte machen Und dann Ich meine, du kannst noch auf ihn schießen Möglicherweise Okay, mach mal den Schade Nice Nice, das ist gut Ist das ein Mike's, man? Das ist ein Mike's, man Servus Okidoki Hat leider das Shieldwall an Ähm Was ist mit dir? Du blockst das einfach Das finde ich eigentlich nicht okay so Okay, ein bisschen besser Nice Circa so habe ich mir das vorgestellt Ich meine, hat die nur von euch Rüstung actually? Was hast du für eine Rüstung? Ich sehe sie in mir nicht gescheit Weil Manchmal sollten wir irgendwann anfangen zu messern Wir haben ja momentan nicht so viel gute Rüstung Soll ich da helfen? Ich glaube, mit dem Bogie zusammen schafft sie das schon Oder wer bist du? Sigma, du bist neu Das ist doch Aber du hast einen Speer Er hat einen Ich glaube, es sollte machbar sein Nice That's the kind of hit I like Du gehst da hin Äh Du gehst hier hin Schießt auf ihn Bam's die Bam's die Bam's die Er flieht noch nicht Nice Man nutzt einen schönen Helm auch noch Das Zeug ist halt schon recht kaputt Ich glaube, es lohnt sich nicht Ich glaube, wir hauen einfach drauf Da, ich sehe schon alles hin Wunderbar Ja, es tut nur weh Ich meine, du hast den Wenn du den Deutsch schon draußen hast Kannst du auch deuchen Aber ich glaube, du wirst den jetzt schlicht und einfach zusammenschlagen Noch nicht ganz leider Jetzt vielleicht No Du? Naja, okay Wonderful Ah, da unten lebt noch einer Äh, das werden wir jetzt hoffentlich ändern Nice Okay, was haben wir bekommen? Eine 110er Rüstung Wunderbar Ein 140er Helm That's nice Brauchbar Ich glaube, bevor ich diesen Bevor ich jetzt das Lager angreife Werde ich aber noch gerne ein bisschen heilen und reparieren Ähm, wer von euch hat die 110er Rüstung am ehesten verdient? Das ist 90, oder? Naja Kriegst du daweil die 95er Du kriegst den 140er Helm Minus 1 wischen Okay, das heißt, den Bogey will ich das nicht geben Ähm Repariere, repariere, repariere Jetzt gehen eh nicht denen die Tools aus, oder? Nein, in dem Fall wäre das Depp, dass ich gerade alles repariere 59, ich glaube, das geht sicher aus Ich glaube, wir haben ein Lager hier für Für die Nacht zumindest Und per Tag will ich hier nicht angreifen Sehe ich, was es ist? Nein Ich glaube, wir chillen einen Tag lang Weil ich jetzt eigentlich nicht gleich nochmal aufs Maul bekommen will Wenn sich das einrichten lässt Oh Geht sich's aus Okay Nein, wunderbar Okay, wie schauen wir aus? Voll repariert, voll repariert Fast voll repariert Aber das ist immer noch ziemlich viel Rüstung, oder? Ja, 176 Ja, okay Schauen wir gut aus Let's see Oh, Gott Es sind mehr Ich hoffe A Brigant Leader Some Brigant This is perfect This is perfect Some Brigant Raiders sind nur Brigant Leader Ich dachte, es wären nochmal mehr Brigant Raiders deswegen Aber es gibt einen Brigant Leader Oh mein Gott, das ist absolut Das ist Typisch Battle Brothers Typisch Battle Brothers Zuerst der fucking Ambush Meine Moral komplett am Boden Dann gibt's mir halbwegs gute Rekruten Und Ein Brigant Camp mit 5 Raiders und einem Leader Bitte hab ne gute Rüstung Ich glaub, das ist zumindest ne 170 oder so Das ist auch Das ist noch ein besserer Hammer Da müssen wir nur ein bisschen aufpassen Da wird die Rüstung nur so da hinschmelzen Ähm Okay Wir wollen die anderen killen Wir wollen schauen, dass es eigentlich weglaufen kann Wir haben ein Netz bei ihm, right? Weil hast du das in der Hand Oder hast du das in der Tasche? Ah ja, es ist ja Es ist weit Ich glaub, wir chillen hier schlicht und einfach ne Runde lang Haben sie gewartet? Nein, turn down Okay Ja, wir chillen einfach ne Runde lang Okay, da kommt er noch Das Das ist unangenehm Aber es ist cool, wenn wir es looten können Nächste Runde Wirklich keiner Keiner von euch macht Anstalten hier Nach vorne zu stimmen Ich erzähle, wie er wartet Ähm Ah Okay Warte, bist du schon zum zweiten Mal dran? Naja That kinda sucks Vor allem das Er wird ein bisschen unangenehm werden Ähm I don't know Ich will nicht, dass du am Anfang Wann kommst du dran? Action seven turns Turn done Gut, dass du da ausgewichen bist Okay, geh du mal da hin Und hau hier drauf Ähm Ah scheiße Du kannst jetzt grad keinen Schritt nach vorne machen Ziemlich nervig Wobei ich glaub, wir werden mit denen fertig Ohne Solcheartige Hilfe Du kannst einen Schritt hier machen Und auf ihn drauf fahren Das wären wir natürlich sehr recht Du kommst dabei hier hin Nice Very good Ich glaub, du sagst Die Frage ist, ob ich hier oder hier Ich glaub, du sagst hier dafür Dass der sich nicht mehr bewegen kann Er kommt zuerst und das nervt Aber er geht auf ihn Sehr schön Das wollte ich ja Das Du musst jetzt nur ein bisschen blocken Bis wir mit dem Rest fertig sind Ja genau Deswegen war das nicht gut Dass du den gekillt Also dass du den nicht gekillt hast Nice Actually Okay, dann helfen wir hier unten aus Ich meine, du wirst trotzdem auf ihn aus Gern Aber du hast den Nimbl Right? Du hast den Nimbl Du stirbst jetzt nicht Aber es fahrt hier weg Äh Du gehst derweil hier hin Und ähm Wir nehmen schon mal die Messer raus Er fliegt, was gut ist Aber er ist das größere Problem Messer raus Okay Kannst du es noch nicht rausnehmen Du nimmst das Bodermesser raus 5% Chance Maybe not Du kannst ihn weg eigentlich Du kannst ihn killen Okay, fuck it Wir können ihn nicht killen Weil du nichts mehr triffst Das ist fein I'm running Okay, nicht schlecht zugelangt Muss man sagen Schauen wir immer noch nicht gut aus damit Ähm Du machst dabei gar nichts Haben wir da genug Um ihn zum Runden momentan? Nein Nein, ich hätte noch nicht Fucking sollen Mhm This is one of the problems Weil ich ihn auch nicht zu früh Zum Fliehen bringen will Es ist gut, dass er Hildebert angreift Ich glaube, das ist einer von denen Die mir nicht so wichtig sind Okay, wir haben einen Treffer gesetzt Das ist auch gut Äh Ja Das should work Geh mal in die Richtung Er flieht noch nicht Aber bald Wir können nächste Runde zumachen Very good Oh Jetzt flieht er tatsächlich Wow, okay Run him down, obviously Äh Cool Wer von euch beiden hat ein Messer? Du hast ein Messer gedacht Nicht, dass es so wichtig ist Es ist eigentlich wichtiger Den Weg abzusperren Als er Übermesser hat Oder nicht Nice Schön geschossen Also der ist nachher wichtig Nice 190er ist es sogar Und der Hammer ist labernd Cool Cool, 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 cool I dig it I dig it a lot Äh Albrecht Es ist aber wirklich die Frage Was wir mit euch anfangen Niemand von euch wird Du hast nur Er hat nur Wow, er hat ja viel Resort Warte mal Er hat Fearless Wie viel Resort hat er Es ist nicht gut Es ist nicht gut Es ist nicht gut Er hat 32 Resort Es ist lächerlich Und keine Sterne drin Es ist so sad Aber wie specke ich ihn denn sonst? Ich glaube ich specke ihn einfach Als Backline In dem Fall brauchst du allerdings Das Leben nicht Und was brauchst du denn? Quick Hands I guess Ist nie schlecht Bags and Belts Dass er zwischen verschiedenen Stangenwaffen Wechseln kann Vor allem braucht meine Komponien Ein bisschen Abkönung Durch einen Menti Cool, sorry Wer willst du denn sein? Das ist super crap Ich meine du kriegst natürlich das Du kriegst das Dann kriegst du die plus 4 hier Aber ich weiß einfach nicht Was ich dir hier Ich meine Wer braucht nicht Recover Wobei Ein echter Backliner Braucht eigentlich nicht Recover Um ehrlich zu sein Ich brauche ich Bags and Belts Also not really Student Ich meine wir können versuchen Im Crippling Strikes Und Executioner zu geben Und mal schauen wie das läuft Mit der Backline Sollte ihr ja gut Verletzungen machen können Okay egal Ich glaube ja Dann machen wir dich Gleich Humbert Nicht persönlich nehmen Dass ich den Bastard Nach dir benenne Wenti Pieke Albrecht hier Ich meine Will ich den Albrecht So Da könnte der zweite Backliner werden Mit so Wenn wir das hier Hybrid specken Weil es gibt ja auch Diese neuen Schusswaffen Oder vielleicht würde ich Ihm dann die neuen Schusswaffen geben Kind of for it Braucht kein Recover Ich meine in dem Fall Kannst du vielleicht Bags and Belts brauchen Dann du bist Opfer Das heißt das ist der Der usual path Du kriegst einfach nur mehr Nehmen wir dich gleich Brauchst du Colossus Wenn du so viel HP Von Anfang Wobei ich kann jetzt Colossus geben Da muss ich nie wieder Irgendwas in HP Stecken Ja 12 Und er ist Wahrscheinlich Dass er den Anfang Überlebt Du bist halt Dein Problem Ist selbstverständlich Wie immer das hier Bei den Bastards Du kriegst auch Colossus Als erstes Oh und wir haben jetzt Besser als ein Shit Aber das ist kein schlechter Shit 60 bis 75 60 bis 80 40%ig Neues 120 Effekte Vergänzt 30%ig Neues Das ist einfach besser Ist das hier besser Oder die Pike 50 bis 70 60 bis Äh Gib mir dir die Pike Denn Ich meine du wirst Hammer Dude Später aber noch Bist du nicht Hammer Dude Hast du Hammer Du hast die Hammer There you go Hast du einen besseren Hammer Okay Okidoki Dann gehen wir zurück Nach Hakenstadt Ich meine wenn wir hier Brigands sind Können wir auch einfach Hier in die Wildnis gehen Da wird es nicht mehr So viel geben Weil wir sind direkt Am Rand der Karte Aber Ich hoffe Hakenstadt Gibt mir einen guten Deal Für ein paar mehr Tools Adding back To collect your corn A few men step out Unto the road One of them points At the head of Blake Blade Ingram We are the highest Paid bounty hunters In these parts And I believe You are carrying A bit of our business Give us An all party Shall get to sleep In their beds Tonight Ich habe gerade eine neue Company Muss das gerade sein Vergiss die Russie nicht Ja true I take the damned head And leave Kriegen wir jetzt nichts dafür Wobei das Camper Bin ich immer noch gecleared Macht das überhaupt So einen großen Unterschied Für uns Not sure Ähm wer kriegt Ich meine was hast du Für eine Rüstung Du hast eine 155er Du da du kein Schild hast Kriegst du mal die 190er Xeris Xeric kriegt dich hier dafür Kettelmund kriegt eine 110er Du kriegst eine 95er Und nun kriegst du für jetzt eine 90er Ey ich glaube es wäre so gut Sehr gut dass wir uns nicht Mit denen angelegt haben Nicht im momentanen Zustand unserer Company No longer has ambush trade routes Sure Hast du 369 ist extrem teuer Aber wir haben gar keine Also sind wir irgendwie Genötigt hier Du zahlst immer noch 19 Ist fein Sure Okay wir haben auf 9000 Oben Wunderbar Haben auch kein volles Inventar mehr Da könnten wir jetzt rauflaufen Ist mich gar nicht zu stark Kurz mal gesoffen hier Was ist das hier? Mh Na Wir gehen Nach Eichholz Weil ich wirklich gerne Indoor mehr Fancamper hatte I'm not kidding Und ich glaube wir gehen aber Nach Eichholz Ah fuck wir haben nur 20 Du hast leider nicht mehr Tools Du hast leider nicht mehr Tools Gell Ich habe ein bisschen zu wenig Tools Um das zu machen Was ich eigentlich machen wollte Äh Gib mir mal das by the way Gib mir mal einen Fisch Ich wollte nämlich eigentlich Durch die Wildnis rauf gehen Wie schlecht geht es uns noch? Hm Schon Da muss alles noch repariert werden Ich glaube das genug Tools sind dafür Ich glaube nicht Vielleicht machen wir kurz einen Abstieg nach Birghafen Das ist nicht sehr effizient Können wir das noch schaffen Bevor es Nacht wird Das wäre super Da noch ein paar Tools kaufen Und da dann den Rand entlang rauf laufen Und schauen ob wir noch ein paar Brick and Camps finden Äh Oh da hätte es vielleicht Interessante Aufträge gegeben Oh Brawler nehme ich immer Billig und können gut sein Dude die Brawler Die ich momentan kriege Holy Scheit Du bist auch nicht ganz ohne Habe ich noch irgendwo nicht Ah ich hätte noch eine Why not actually Warte mal Das mache ich So teppert Äh Kriegst du das stattdessen? Ich weiß der hat einen Stern da drin Aber er fängt leider mit ziemlicher Kack Hast du Iron Lungs? Nein Death Wish Minus 10 Resolve No Moral Check Triggered Okay So Und jetzt gehen wir da durch A whistling man ambles down the road A cheery dog huffing at his side With his tongue a lull Seeing your troop He stabs his walking stick Into the dirt And tends his hands atop it Some small talk Is made of the weather Notably that rain Is in the belly Of some oncoming clouds He asks if mayhaps He could dodge The rain In the company Of sellswords A strange request Not one usually Made to men Who earn blob money You said about the fire The rather unfortunate Looking man Stares into the fire As he talks I hear the rich folk Have got these things That let them see What they look like Mirrors Ah that's the name Wish I had one I hadn't seen My own face in Well ever Maybe a bit of a look When staring into a pond I guess We got a mirror Right here Okay Er ist drauf gekommen Dass er hässlich ist Gut Good for him Tafik Eh is his endgame content The cataclysm As the world knows It comes from the earth Herself Volcanoes Floods Earthquakes Earthquakes Plagues These are things All men fear The unwarned Issuing sister Can instantly Shatter the greatest Of kingdoms And disrobe The royal color From the greatest Of kings The great Caldera Before you Then stands Is a stark Reminder That not only Are you small But you might Not even know Just how small You are It is quite Clear to even The simplest Of minds That the enormous Rock at the Creator center Came from above Perhaps Very far above Northernists believe It is the Coda Of the great War of the Old gods It is a literal Mountain Weaponized By the deities Thrown like a stone From a catapult Before landing With such apocalyptic Damage That the horrors Wrought Kiest All heavenly Conflict Sartan is Seed as the Fury tear Of the Gilder Looking down Upon a world Without man The god fell Into deep Sadness And cried Upon the earth At first He was fearful He had destroyed All that lay Below But instead He watched As man drew Up from the Fires And armoured Himself In the ashes And it is Then that he Knew Man Living in Every corner Of the earth Was his Chosen beings And man Knew him Whatever it is The crater Brings followers And believers From all directions Here exists An amicable Understanding That there Shall be No Impasses Upon one Another Though During times Of religious War That unspoken Agreement Is oft Shattered Oh Okay Wir haben Ja holy War Als erstes So Menchenweise Wird das Dann noch Interessant Ja Können ich Bitte In das Finden Please Man das Letzte Mal hat es Doch so Gut Geklappt Dass ich In die Wildernis Gegangen Bin Man Da wird Nix Mehr Sein So Nah Am Rand Something Nix Gor Nix That's Fucking Sad Okay Okay Gehen wir Da Durch Keine Menschenseele Getroffen Mehr Und auch Keine Viecherseele Will ich Auch Nehmen Sollten wir wenigstens Nicht mehr So viel Bezahlen Oder Weil Alle Unsere Leute Noobs Sind 570 Hey Hast du Vielleicht Nen Jäger Of Course Not Tschau Machen wir mal Kurz die Webknechts Das soll Keine So Große Sache Sein Die Wurzeln Leider Sehr Groß Okay Das Sind Sie Zwölf Stück Ähm Sollte Relativ Easy Sein Ich würde Nur gerne Noch ein paar Sperre Verteilen Hier That Is Possible That Be Great Beautiful Hey Ich bin Kein Noob Momentan Bist du Noch ein Noob Venti Es Tut Mir Leid Ja Natürlich Überraschen Sie mich Ich mein Ich hab Sie Gejagt Aber Sie Überraschen Mich Für Sure Spiel Why The Fuck Not Äh Okay Äh Da In der Mitte Ist Alles Ein Bisschen Zu Wir Haben Hier Nicht Wirklich Schöne Frontline Auf Der Seite Which Is Very Sad Äh Geh du Mal Dahin Und Warte Okay It's Fine It's Fine Das ist Nicht Unbedingt Gut Also Nicht Wenn ich Irgendwo Ein Frontline Auf Die Seite Bekommen Könnte Aber Es Sieht Momentan Leider Nicht Danach Aus So Mr. Graf Eli Let The Stabbing Begin Das war Die Hälfte Davon War Good Stabbing Der Rest War Leider Nicht So Wahnsinnig Überzeugendes Stabbing I Have To Say Ja Genau Wir kennen da natürlich nie einen Sinn Because Why the fuck Would we Also wenn du dahin gehst Sie triffst Okay Wie wäre es wenn du sie triffst Okay Einmal Zweimal Du wärst hin Wie zum Geier Kriege ich da oben Eine Frontline hin Kannst du da irgendwie so hoch Du bist leider nicht tot That is very sad Ich bin Ich bin Ich bin 79% Dich weg Zu schieben Kann ich dich wegschieben Und dann noch dahin Nein Ich hasse Wald Da musst du es tun Das hätte ich mir vorher überlegen sollen Okay Du gehst dahin Du hast wenigstens Totation Okay Es ist nicht alles am Arsch Das Totation Sachen könnten besser sein Sachen könnten auch schlechter sein Äh Dir geht es weniger gut Ja Aber es ist nicht so toll Okay Du wirst jetzt Erst du Rotation Nein Du bist neu Du hast sicher keine Rotation Ja Of course Wir decken baden Aber ich meine Da kann wenigstens Keine zweite hin Okay 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 Mhm Du wirst nicht Rotation Das bringt nicht wirklich was Du wirst auch keine Rotation Ich glaube nicht Dass Ceres Rotation hat Habe ich ihm Rotation gegeben Irgendwann Hallo Können wir bitte diesen Blöden Webknechter treffen Please Das ist auch keine Rotation Grummel Grummel Shit Äh Okay Du wartest kurz Ah da hättest du hin sollen Du hast auch keine Rotation Okay Okay Das ist einmal geschafft Dich zu befreien Bravo Good job Bei you Oh shit Ich habe nicht gesehen Dass du da stehst Aber stupid Aber stupid Also wir müssen die ein bisschen treffen Weil wir Ansonsten Ansonsten ist es um den Bogey geschehen Nachdem ich hier niemanden in der Nähe habe Der Rotation hat Und der Bogey hat kein Footwork Holy shit Yo Kriegt sich mal wieder ein Ihr Spinnenvieh Gibt es ein paar Fliegen fressen Typisch schon fast tot Warte bist du schon Oh ich habe nicht gesehen Dass du zur Kleister bist Ähm Bitte Dankeschön Well done Wer bist du Venti Venti in the house Perfect Ich weiß ja was ich an Venti habe There we go Okay Dieses Problem hätten wir mal gelöst Das gefällt mir ausgezeichnet Wer bist du Sigma Oh du bist schon am fliehen Woopsie Sigma You're not very happy are you Ist Sigma Ist Sigma Gut Hänge ich an Sigma Ich meine ich hänge bald nicht mehr an Sigma Da er nicht mehr im Leben sein wird Obviously Aber ich meinte jetzt gerade Hey Du hast nicht so schlechte Chancen Xeric Kannst du dich mal ein bisschen bemühen bitte Servus Sigma Es war nett dich kennenzulernen Ähm Zweimal Du wirst hin Wer hat da Du bist Berserky Ähm Einmal Zweimal Ist da noch irgendwas am Leben Da ist eh nichts mehr am Leben da oben oder Die ganzen Viecher sind tot Bam Okay Okay sie haben noch 8 Bisschen unangenehm Dass Sigma hier verstorben ist Tragisch Hey du befreist dich sofort selber Good job by you Äh Chillst Vergehst du mal mit ihm reden Oder mit ihr Ich weiß nicht ob das eine männliche oder eine weibliche Spinne ist Oh da kommen noch einige Okay Sure Ein bisschen rumgetänzelt Why not Das ist nicht wirklich ein gutes Ziel hier Yo Yo Albrecht Der hat auch gerade einen Run Der gute Albrecht Ein bisschen wie Venti Okay Man am Anfang hat das ein bisschen verkeckt Aber jetzt Jetzt ist das alles sehr sauber Muss ich sagen Nicht jetzt anfangen noch zu sterben Oder Wenn wir sie eh schon fast alle gekillt haben Okay Guter Block Nochmal guter Block I like it Hm Das sind alle immer zuhauen Die sind alle ein bisschen weit weg Ja eine Runde lang musst du hier noch durchhalten glaube ich Mein Jung Du bleibst hier stehen Wenn ich selber befreit hätte Wäre das halt besser gewesen Hätten sie sich nochmal zugleistern müssen Okay sie müssen ihn wenigstens noch zugleistern Nice Noch ein schöner Block Okay die Runde soll jetzt vorbei sein Er flieht schon Hin Oh Au Das wäre das I-Tüpfelchen gewesen hier Wenn du Wenn du es noch geschafft hättest Ihn zu killen Aber naja Auch Albrecht hat seine Fehler Wie es aussieht Bringt nichts Dass der Baum dazwischen Du 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 Come on Leute Nice Okay Now we done oder Ich glaube die laufen Wie gut war Sigma Warte sie laufen nicht Are you kidding me Spiel der Running Wieso Fragst du mich nicht ob ich There we go It's over Thank you Sigma Aber ich meine es war einer mit einem Speer auf der Seite Also so toll kann er nicht gewesen sein Sonst hätte ich ihm nicht mit einem Speer auf die Seite gegeben Ich meine trotzdem tragisch natürlich Wir haben ein bisschen einen Hohen Turnaround Momentan Können wir sagen Soll ich meinen Holzfäller checken Ich glaube wir checken uns mal kurz den Holzfäller und schauen was so läuft Wow Hello Tobian Hey Okay Okay Wait Moment Der ist ein bisschen ein zu guter Nahkämpfer Dass ich ihn zum Hauptmann machen will Obwohl Hauptmann hier auch eine Idee wäre Was hast du für Dingsies Irrational Has plus 10 oder minus 10 resolve randomly at every Moral check Maybe not the best Hauptmann Ja nein du wirst ein anderer Millie dude Wo du gefällst mir Shit Wenn schalte ich Wenn Hau ich jetzt auf die Seite Wir haben keine wirklichen Opfer mehr Du bist aber besser als er actually Alles so schwer Okay du kriegst mal das hier Du kriegst auch ein bisschen eine bessere Rüstung Sorry du musst dich dabei Venti mit dem hier begnügen Es tut mir leid Aber er steht vorne Das heißt er ist gefährdeter Als du Dann will ich dich nicht verwechseln mit Kanonenfutter Geben wir dir ein Schwert Und du kriegst eigentlich auch ein Schwert Und ein Kettchen im Mund kriegt Du kriegst einen Hammer oder Ja du kriegst einen Hammer Wo ist denn der Da ist er Ähm Ja Ja wir haben nicht viel Wow What's up with here Wir haben nicht mehr viel Kanonenfutter Muss ich sagen Ich geb die Bullseye Auch wenn Footwork Deinen Arsch öfter retten würde Aber in sehr vielen Kämpfen Wie Hexen und solchem Zeug Oder Necromancer Ist das Bullseye einfach sehr angenehm Ähm Mh Mh No I don't wanna do that right now Ich will nach Hohenwacht Ich will einfach nur noch einen Jäger checken Ist das zu schwer Wieso machst du mir das Leben so schwer Spiel Ein Jäger noch und wir schauen gerade gar nicht so schlecht aus Wobei eigentlich hätte ich gerne noch mehr Jäger Das heißt eigentlich muss ich noch Indien zum Opfer machen Äh du hast keine Leute Zum Anheuern Du Wachbirne Einer Stadt Okay Gehen wir nach Scheilendorf Ich meine ich könnte so einen ausprobieren Ich mag aber nicht Wie gut Okay Fuck it Let's Let's have a look at it Ähm Wo ist mein Backgroundsheet Hier Und jetzt Wenn wir hier bitte Ja Dude Axel wechseln Wie heißt du schon wieder Witch Hunter Ah ich sagte das Fixieren sollen da oben Ranged Plus 15 plus 8 Also 47 bis 50 Wenn du da nicht mehrere Sternchen drin hast Bist du immer noch scheiße No It's not fucking worth it Jäger ist das einzige was Sinn macht für Ferienkämpfe Ja es ist eh gut wenige Kanonenfutter zu haben Mein einziges Problem jetzt gerade ist Ähm dass ich wegen dem Gladiatorenstack nur 12 Leute in meiner Company insgesamt haben darf Also ich kann keine Reserve haben sozusagen Ich kann nur die 12 haben die tatsächlich kämpfen Und ich brauche noch mehr Fernkämpfer Da wir auf 11 sind von 12 muss irgendwer raus Eventually Ja wir sind alle so nicht schlecht I don't know Oder wir machen einfach Wir scheißen auf Ferienkämpfe und Kämpfen nur nachts Es ist schon wieder Es ist schon wieder eine Hexe Nja Das ist aber keine so schlimme Hexe Ciao Das machen wir vielleicht Man sieht es mehr als eine Hexe Ich glaube nicht dass das mehr als eine ist Ähm Ich bräuchte nur ein paar Coilen dann Ich will definitiv keine Hammer Hammer sind scheiße Ah ich hab nicht viel Man hat ihn werfen euch Ich glaube wir riskieren es Das hat ihn noch selten Sex Brigands und eine Hexe A. Interesting B. Slightly Terrifying Und es ist auch noch Marsch Okay ich nehme es zurück Es ist nicht slightly terrifying It's fucking Incredibly terrifying Okay da ist die Pistenecke No So bad Genau in der Mitte von allen Bevor ich was machen konnte Fuck Die beschützen die Hexe Alright Ähm Gott ist es kacke Dass er hier ist Wir treffen ihn kaum Weil es ist auch noch mein Tank Gott ist es kacke Dass er hier ist Was hast du Knock over Stun 5% Chance ihn zu treffen Die steht auch noch so gut da So fucking annoying Kann ich dich hier nur hinschubsen Ich habe da 21% Chance Ich meine du greifst die nicht die mit Schildern I'm Your Oh Soldatenkönig Beautifully done Sehr schön Das hat gerade sehr geholfen Okay du gehst da hin Und machst den hier Wobei es halt nicht so nah beieinander stehen Geh du da hin 47% Chance Schade Stun 10% Weißt du was Naja okay Fine with me Die andere Richtung wäre schlimmer gewesen Du hast jetzt Bullseye 39% Let's go Bam Nice Aha There we go Äh Okay du kannst nichts mehr machen Das ist auch nicht wirklich sinnvolle Dinge machen Wir gehen mal hier hin Ah fuck it Geh gleich auf ihn los Äh stab 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 I guess Nice Du kannst dich auch noch zuhauen oder Nein nicht die Runde Oh du kannst dahinten chillen Das passt Jetzt machst du wahrscheinlich dein blödes Hex Du machst nicht dein blödes Hex Aber du machst Ihn zu einem Gegner Which is also really bad Kommst du jetzt einfach dran du Pisser Uh Alright 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 Ähm Nein Nicht cool Du wartest Äh wie wärs mit nem kleinen Knock hier Nein Okay Ähm Nice Weniger nice Aber einmal nice Is fair enough Und du kommst noch einmal dran Und dann ist auch fertig hier Okay dann warum mal Richtung Hexe laufen Du kommst jetzt sehr genau Okay Jetzt gehst du wieder zu mir Wunderbar Das ist immer noch unangenehm Wir können nur leider gerade nicht wirklich was dran ändern Wenigstens hat er ihn beim ersten Mal nicht getroffen Nice Ein Schritt nach vorne Beautiful Nice So weit so gut Äh Können wir Kannst du aufhören Meinen Bogey dermaßen zu bedrängen I'm actually Herr aufs Intelligenz zu sein Du blöde Hexe Okay Gott sei Dank geht der da hin Nicht auch noch auf den Bogey Aber dir geht's echt schlecht Fucking hell Fuck Okay Nice That is good Ich mein Irgendwann wird sie allerdings Hexe machen Und dann hab ich auch ein Problem Du machst mal den hier Und haust auf ihn auf Nice Well done Okay Erster Versuch Ah shit Du kannst keinen Schritt machen Und dann immer noch That is so annoying Na ich will den ja nicht angreifen Fuck Ah nicht genug Fatigue Shit Fuck That is why I hate Hexen Na und jetzt macht sie Hexe auch noch Fucking asshole Ähm Ich hoffe du stirbst jetzt nicht auch noch Aber die einzige Person Die mir wirklich 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 wichtig war Dass du nicht stirbst Ist ja schon tot Von dem her Not that big of a deal I guess Jetzt müssten wir sie irgendwie betäuben können Wir haben nur gerade keinen Betäuber In der Nähe Vielleicht vergisst sie beim nächsten Mal Das Hexe zu machen Wenn man du flehst Ich meine Beide jetzt Dich rappellen bringt nicht wirklich viel Okay Fertig hier Okay Oh, oh. Und wenn irgendwann dreht sich der wieder um. Das wäre sehr schön gewesen, wenn wir den mal hätten killen können. Kannst du da hin und zustechen? Nein, Sad Story. Das wäre auch sehr schön gewesen. Wen? Er kommt auch noch gleich dran. I hate myself. Oh, Gott. Come on, please. Bist du noch nicht wieder normal nächstes Mal? Ich dachte, das wäre schon der zweite Zug gewesen. I guess I was wrong. Haben wir irgendwo Hex drauf? Nein, oder? Doch. Du hast Hex drauf. Oh, fucking annoying. Das hat jetzt eh nicht ewig gedauert oder so. Fine. Hex? Keine Hex? Gut. Bist du gestorben? Wenn sie? Er ist schon wieder die halbe Kompanie gestorben. Geh, bitte. Kannst du endlich sterben? Das gibt es ja nicht. Wie viel kannst du dann auch abwehren? Jetzt stirbe endlich. Junge. Mein Gott. Das Leben ist nicht so schön. Alright? Okay. Ich bin weniger dran festklammern. Das hält mir nicht aus. Sieht richtig verzweifelt aus. Du fucking am Leben bleiben wirst. Stirb einfach. Mein Gott. Thank you. Oh, bitte. Das wäre keine schlimme Verletzung. Oh, es ist nicht schlimmer. Nein, aber das ist nicht die. Nein, nicht minus 20% range skill. You fucking... Ah. Shit. Hättest du nicht Missing Nose haben können stattdessen. Es gibt so viele Verletzungen, die keinen Einfluss haben auf range skill. Aber es muss der fucking Broken Elbow Joint sein. Wenti, du bist am Leben, by the way. Fuck, that was bad. Once again. Oh, ja, poor, whatever. Schön, dass du keine abducted children mehr abkommst. Könnt ihr mir bitte eins von euch, von euren nicht abducted children geben und einen fucking Jäger daraus machen, den ich vielleicht anheuen kann? God fucking damn it. Please. I need some time to think about everything. I'm so sad. 20%... Ein Fünftel weniger. You're just trash now. You're just fucking trash. Okay, da haben wir wenigstens bloß drei bekommen. Das finde ich relativ schön, muss ich sagen. Wir geben dir mal in den beiden nochmal plus something. Wir geben dir auch Indomitable. Mini Defense plus eins bringt nicht wirklich viel. Ich meine, da ist ein Stern dran. Das muss ich dir nicht jetzt geben. Du brauchst kein Colossus. Habe ich mir schon überlegt, was ich mit dir mache? Nein, ich glaube nicht. Okay, dich wollte ich so zu einem Hybriden machen. Aber ich weiß eigentlich noch nicht genau, wie genau das nachher aussehen soll. Anyways, let's just do it. Whatever. We give him the gifted. Na, warte mal. Wie viel war das? Plus vier? Muss ich dir schon da drin geben. Du hast natürlich überlebt. Keine Frage. Why the fuck not? Ich lebe, keine Nase. Nasen sind überbewertet, Ventilator. Hast du noch Dingsis? Können wir da jetzt bedienen, wie so drei Jäger haben oder so? Please. Just make me happy. Waitens. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade wieder kämpfen will. Nein, uns geht jetzt allen ein bisschen zu scheiße. Eigentlich nicht wirklich Bock. Geht's nämlich jetzt dort abfangen, ihr Pisser? Oh, wir haben es noch geschafft, ja. Hey, 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 Rabe. Wir haben einen Jäger gefunden. Woo. Er hat keine Sternchen im Fankampf. Woo. Motherfucker. Aber hey, ich nehme, was ich bekommen kann at this fucking point. Give me the student, damit du ein bisschen schneller auflevelst. The fuck in the backline. Ich meine, dabei kann ich dich jetzt noch ein bisschen hier verwenden, aber du bist am Schluss auch nur ein Opfer, leider. Äh, nein. Ich würde es machen, wenn ich nicht weiß, dass es wieder ein Einbruch sein wird und dass die Hälfte meiner Kompanie sterben wird, wenn ich das tue. Äh, wie viel zahlst du? Zwölf. Ugh. No. Schauen wir mal wieder nach Meerburg. Ich frage mich, wo die Orks sind. Ah, warte mal, da sind Goblin Raiders, also müssen da irgendwo Orks sein, oder? Vielleicht sind die hier. Aber da waren das letzte Mal jetzt gerade Untote, wo wir dort waren. Du hast keine Leute anzuhören. Was ist los mit, was ist los? Das ist eine riesige Burg. Ah, du hast Leute anzuhören. I see. Das war nur, weil es Nacht war. Aha, aha, aha. Ich dachte, das zeigt es trotzdem an. Ein 4,20er, das sollte. Sir Wenzel. Ich meine, Adventures Nobles sind eigentlich in Leiband. Als, äh, Hauptmänner. Aber so viel Geld habe ich dann auch wieder nicht. Du zahlst 16. Ich habe das Gefühl, die große Stadt zahlt noch mehr. Gehen wir mal rüber. Ein Ventilator atmet, der eh nur ausstimmt. Mein Sales hat um 4.000, das ist nicht schlecht. Wir nehmen natürlich... Jesus Christ, what the fuck war das? Äh, wir nehmen natürlich Oswald. Oh, wir nehmen Guntram für 3,40. Wobei, ich darf es gar nicht mehr, oder? Dammit. Aber Guntram und 3,40 will ich durchaus haben. Ähm. Okay. Das ist minus 10%. Fatigue ist das Permanente, oder? Das ist eigentlich egal. Ich meine, wir nehmen dich jetzt einfach los. Ich glaube... Oh mein Gott, das ist so tragisch. Das ist doch noch 3 Sterne in Fatigue. Why the fuck, mein Dude? Wieso musst du einen Broken Ember Joint haben? It's so sad. Ja, nimm die Kompensation, whatever. Das Zeug wird eh bei mir wieder eingedingst, oder? Ja. Ähm, und dann schauen wir uns Guntram auch noch an. Im Klauswald ist der... Mann, der ist nicht gut, aber ist auch nicht so schlecht. Hey! 50 Resolve mit einem Stern drin. Ah, minus 10 gegen Greenskins. Keine Sucks. Und bei gegen Greenskins brauche ich den Resolve nicht so stark. Ich glaube, du wirst einmal... Du wirst aber einmal Maggot-Priest-Ersatz. Preist? Priest. Ähm, das heißt, wir werden dich natürlich gleich mit allen... allen Ehren und so ausstatten hier. Du kriegst das Banner, du kriegst das Dash. Du kriegst sowas ähnliches mit der Rüstung. Ähm, vielleicht seine. Du kriegst einen Helm. Messer weiß ich noch nicht, ob wir zur Verfügung haben. Ich meine, du bist doch noch eh eine Boe. Du bist jetzt nicht so toll. Was mit dir? What the fuck ist deine Pieke weg? Was soll die Scheiße? Wait, du hast die Pieke? Dann warst du gar nicht da mit der Pieke. Wieso stehst du da und hast keine Waffe? I do not understand. Blink, 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 blink. Ha. Okay, du kommst da in die erste Reihe, ich guess. Und kriegst ein Schwert, ich guess. Und ein Scheld, ha? Was können wir hier für hückeln? 19, ja, das ist schon besser. Wir füllen den Bullshit. War nicht so viele von denen. Äh, du kommst weg. Den Rest behalte ich mir jetzt dabei. Ihr kommt's weg. Äh, eine Axt kommt weg. Du kommst weg. Ein Hammer kommt weg. Ja, also zwei Hammer kommen weg. Du kommst weg. Okay, was gibt's zu essen? Ähm... Ich kaufe mal ein paar Berries. Und das hier. Ich kann noch einmal solche kaufen. Dann wird einmal gesoffen. Ah, er war der Bannerboy, alles klar. How many crowns are we talking about? I hate you. Yeah, follow the tracks. Let me follow tracks. Wird leider kein Lieder dabei sein, aber schön wär's. Ja. Das sollte ein sehr, sehr schnelles Gemetzel werden. Wenigstens ist es nicht anstrengend. Und vielleicht gehen wir dann da in die Mitte. Um irgendwo Orks aufzutreiben. Und jetzt hätte ich wieder gerne eine Mifle. Der hat eine gute Rüstung. Ich glaube, wir messern ihn. Sollte auch eigentlich nichts dagegen sprechen. Ja, ich glaube, wir werden ihn versuchen zu messen. Hm, 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 hm. Hm, why not? Ist noch nicht tot. Ist ein bisschen unsympathisch von ihm, muss ich sagen. Ähm, Leute. Na, mir gefällt's ja eigentlich ganz gut. Jo, der ist auch okay. Nice. Nice. Aua. Die andere Rüstung. Okidoki, das ist jetzt ein bisschen blöd Aber ich meine, wir können nichts auf dich schießen Nice Sogar ganz gut schaden, wenn du es halt erst verbluten Hier nehmen wir schon mal das Messer raus Warte mal noch ganz kurz Nicht laufen Ich glaube, wir sollten den Einzug messern können Naja, das ist schon einmal getroffen, wunderbar Du ziehst dein Messer raus Nice Okay Er will gar nicht mehr herkommen Er ist da noch ein paar andere Und der andere Kerl Du 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 Nice, schon erledigt Wir können auch dich kurz aufhalten Und wir können dich auch noch aufhalten Nur, dass wir den ganzen Loot bekommen Da bist du noch zu weit unten, leider Ich kann nicht von da zu stechen, weil das zwei Z-Ebenen Unterschied wäre Und es darf höchstens eine Sein, damit man mit den zwei Teil Weapons noch Ähm Noch angreifen kann Sad Naja, da geht's eben nicht Ich glaube nicht, dass der noch zum Angreifen kommt Aber let's see Okay, das ist da oben erledigt Okay Vielleicht doch Nope Okay, wir haben die Rüstung bekommen Nice Und die Waffe That's good enough Nein, nein, nein Wir wollen uns mit der Stadt nicht verscherzen Wir werden da wahrscheinlich noch öfter Sachen kaufen und verkaufen wollen Also wollen wir lieb zu ihnen sein Du bist Pike, habe ich gemeint Okay Wenn ich das gemeint habe, dann 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 machen wir das auch so nicht Das ist Executioner Äh, ich meine Crippling Strikes Wollen wir dir? Ich meine, wieso sollten wir dir nicht Gifted geben, oder? Gifted ist immer nett Könntest du mal die Plus Vierer hier bekommen Ähm Sure Okay, Soldatenkönig 2 Plus 3 Plus 3 Ähm I guess Plus 4 hier Brauchst du Gifted? Jetzt müsste man rechnen Du hast noch 8 Levels, ha? Ja, das ist noch 8 Levels Battle Brothers Ich sollte es eh nur mal auswendig wissen Talents Was ist 2 Sterne, Mili? 2 bis 4? Okay Kein Stein 1 bis 3 2 bis 3 Ah nein, Tustas ist 3 8 mal 3 ist 24 Das heißt, du kommst auf 85 ohne Es ist nicht so viel Er kommt auf 85 ohne Gifted Ich glaube, wir geben ihm Gifted in dem Fall Du brauchst kein Brownie, glaube ich Weil du einfach genug Fatigue haben wirst Das ist da, können wir einen Perk einsparen Du, 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 du Und was habe ich jetzt gemeint? Weil da waren die Greenskins immer Also wahrscheinlich hier sind die Greenskins Oder ich könnte natürlich auch da schauen Ähm, wo wolltest du mich hinschicken? Ich meine, ich will eigentlich in die Richtung, right? Also fucking, gehen wir Ähm, wir können aber gleich da durch Nach Seelendorf gehen Habe ich genug Zeug? Ja Ich meine, das Einzige, was es ist Medica Supplies haben wir nicht so viel Aber wir haben auch nicht so viel Wir haben eh jetzt become a drunk Warte mal, was gibt dir mehr Schaden, oder nicht? Plus 10% Damage Plus 5 Millis Minus 5 Millis, gell Plus 10% Damage Oh mein Gott, der muss Damage raushauen mittlerweile Ich glaube, das taugt mir Good job, being a drunkard Ah shit, wollen wir das jetzt endlich machen? Wobei, das war Das wird nochmal so schlimm Mit dem fucking Geistern Ah nein, wir haben keinen Wir haben ja momentan keinen echten Sergeant Also nein, das werden wir nicht machen Ähm, I like that Was ist das hier? Können ich das die killen Und dann die anderen? Please Äh, lass mich nur kurz checken Haben wir die richtige Ausrüstung? Warte mal Innerhalb von euch habt doch Hammer Mastery Du hast Hammer Mastery, gell? Ja Das heißt, du kriegst den Hammer Gegen die Reavers Macht das durchaus Sinn Ihr habt noch keine Masteries Ist fein Du kriegst ein bisschen Man in die Mitte hier By the way Ähm Lustungstechnisch Kriegst du mal das hier Und äh Du kriegst das hier Plus den hier Ah, das sind beide 70 Und das ist stylischer Okay, du kriegst das Äh, und das noch nicht Das noch nicht genügt Die Küche hier Okay Hey, ihr wollt nicht stehen bleiben Oh Gott, jetzt müssen wir im Wald kämpfen I made a huge mistake Der Wardog ist schon da Servus Wardog Ist den jetzt ruhig treffen können Also ich mein mehr als einmal Just saying Ich verstehe, dass du jetzt Minus 5 Miniscales Weil du so gern säufst Aber Ist kein Grund Komplett abzukacken Genau, oder mehr Wäre mal eine Zweihandwaffe Interesting Hm Hm Ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt noch vorne laufen will Muss ich ehrlich sagen Bewerbt sich über alle eure depperten Wurfwaffen Right there Das heißt, ich will eigentlich schon nach vorne laufen Grundsätzlich gesehen Das ist da ein bisschen Schissen wegen dir Du bist nicht wirklich tanky Das könnte sehr unangenehm werden Na, vielleicht machen wir tatsächlich nur eine fucking wall Kettelmund Naja, wir gehen da hin Weil wir die Wurfwaffen zu blöd sind von ihm Versuchen wir das unten schneller zu machen Dann kannst du Musst du noch eins laufen nächstes Mal Naja, du kannst natürlich nicht Schildone machen Logischerweise Ich hätte jetzt erwartet, dass er auch die Wurfwaffen rauszückt Nice Ich wollte nur dem einen noch die Rüstung hinnehmen, weil der Hammer so viel Besseres gegen Rüstung. Schön, du kommst da hin. Ah, schade. Das wäre ein schöner Treffer gewesen. Oh, ich dachte, du kannst das... Du kannst eins nach vorne und zustellen. Hast du schon zugestochen? Vielleicht bin ich aber noch verwirrt. It is always possible. Okay, wenigstens ist das ein Eboe, der neben dem Zweihänder steht. I dig that for sure. Zu viel Schaden. Oh, du hast da noch ein Zweihänder. Ähm, muss nicht mit dir sein. Du machst ein bisschen viel Schaden dafür, dass wir ihn nur für den Kill hier verwenden. Schade. Nice. Ähm, mit dir wäre es mir fast lieber... Er hat jetzt nicht zugehauen, weil ich Reposte anhabe. Oh, ich glaube fast. Ah, jetzt hat er sich getraut. Autschi. Ha, ha. Und er hat gleich ordentlich zugelangt. Da hat er nicht irgendwie Lust zu fliehen oder so, he? Fliehen die überhaupt manchmal? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Oh, das wäre sehr gut gewesen, wenn wir den, ähm, betäubt hätten. Na, nicht Soldatenkönig 2. Er hat ihn mir... Er hat ihn mir... Er hat ihn mir... Nooo. Niemand hat... Ähm, wir hatten schon wieder... Rotation. Oh, no! Oh, Gott. Thank God. Okay. Please. Ähm, pretty please. Leide. Leide! Er hat doch jetzt nicht überlebt, damit ihr jetzt alle nicht trefft und am Schluss doch noch stirbt. Dankeschön. Okay. One good one. Mmh. Mega Priest. Wunderbar, wunderbar. Du kriegst plus 3 hier. Das könnte ruhig auch mehr sein, mein Junge. Ähm, ich meine darum... Naja, darum sollten wir uns kümmern. Du kriegst die plus 4 hier. Du kriegst Iceberg als erstes. Ist du denn da? Na, du kriegst einfach gleich viel Cover und dann haben wir die Fortified Mine dann. Okay, wunderbar. Jetzt gehen wir die hier aufmischen. Das waren ja eigentlich noch weniger gefährlich. Ich glaube, das waren nur Thralls, oder? Ja. Also nicht einmal Reavers. Naja, wirklich gefährdet. I guess you. Du kannst einen aussetzen. Wir brauchen nicht alle Leute hier. Oh shit. Oswald auch. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, Grafeli, ich war zuerst einverstanden mit deiner Sauferei, aber langsam habe ich das Gefühl, dass er hat einen negativen Effekt auf deine Effektivität. Ich bin sad. Ich würde eigentlich nur gerne weglaufen mit dir. Äh, jetzt kann man nicht mehr weglaufen. Das heißt, ich mache nur noch das hier. Leute! Na Gott, der Hund überlebt das Ganze auch noch. Aha, du hast mich nicht beteiligt. Au. Oh oh, oh oh. Dude! Jesus! Mindestens 10 Bier weniger trinken das nächste Mal. Okay, das war sehr befriedigend, muss ich sagen. Das war weniger befriedigend. Das wiederum war wieder befriedigend. Okay, we're pretty much done now. Nice, du triffst was. Look at you go. Hey. Danke sehr. Wunderbar. So soll es sein. Ah, jetzt habe ich wieder Sound. Wunderbar. Äh, uh, Fälle haben wir auch noch bekommen. Wunderbar, wunderbar. Ja, ich glaube, ich glaube, jetzt schauen wir uns da noch durch und dann gehen wir über die Berge hier zurück. Okay. Okay. Du hast... Ach, nur Plus 2 hier. Plus 4 hier zumindest. Ich glaube, wir geben dir jetzt die Plus 4 hier, damit du ein bisschen mehr Leben hast. Du kriegst selbstverständlich auch giftet, wie jeder Bogie. Ähm, Plus 4 hier. Okay. Okay, gar nichts mehr. Ich würde gerne noch auf den Hügel kommen, bevor es Nacht ist, dann sehen wir ein bisschen mehr. Aber es schaut scheinbar nicht gut aus. Sad. Ich meine, wenigstens haben wir ein Lager gefunden. Aber ich dachte eigentlich, es gäbe hier Goblins irgendwo, aber vielleicht sind die Goblins da. Oder Orks, besser gesagt. Eigentlich würde ich ja Orks haben. Aber wo Goblins sind, sind Orks normalerweise nicht weit. Oh Gott, sind das Alps? Ich will keine Alps bekämpfen spielen. Don't even try. 16 ist jetzt nicht so toll wie voll, sehen wir. Wir sind nicht so voll, aber ich würde sagen, so ein paar von dem billigen Zeug können mal loswerden. Also der Schatz hier. Ein bisschen Platz zu schaffen, das behalte ich dabei. Du kommst weg. Das behalte ich dabei auch. Du kommst weg. Du kommst weg. Das kann alles repariert werden und ein bisschen Geld einbringen zumindest. Hier kommt's weg. Okidoki. Aber warte mal, du bist für den Bovee, right? Oh, und ihr habt's alle noch, ähm... Level-Ups. Die Plus-1 geb' ich dir hier nicht. Ich geb' dir allerdings die Plus-4 hier und die Plus-4 hier. Immediately Recover. Wie schaut's bei dir aus? Ist auch noch 8 Levels. Also ebenfalls 3 mal 8. Also kommst du auf 86. Heißt, du brauchst eigentlich auch giftet. Kriegen wir auch Plus-3 hier. Und dann nehmen wir uns die Plus-4 hier. Du bist Oswald. Meiner bist auch mehr so Opfer. Wir machen dich einfach so zum Mili. Mili-Dude. Kriegst Kolosses, dass du ganz viel leben. Wonderful. Alps. Yep. No. No. We're not doing Alps. Okay, wir schauen noch nach Westen. Frick and Hunters. Man, ist das nicht wirklich lohnend? Ist da nicht? Da muss doch irgendwo ein Nest sein, wenn die da überall rumlaufen. Wo ist das Nest? Bringt jetzt nicht besonders viel mit fucking Pouchern, aber Pouchern und Fax, aber man nimmt, was man kriegt. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich meine, mich dadurch den Weih zu kämpfen wird nervig, aber es muss gemacht werden. Also marschiert's einmal, Burschen. Marschiert's. Nein, du hättest oben durch sollen. Ich dachte, der geht eh oben durch. Und dann hat er gemeint, nee, ich geh lieber unten durch, weil ich bin speziell und kreativ und suche mir einen anderen Weg, als der, der intelligent wäre. Ist das da? Okay, das ist frei wunderbar. Da würde ich gerne hin. Ja, 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 bla, bla, bla. Ich meine, sehr schön, dass ihr wenigstens zu mir kommt. Das finde ich freundlich. Dann muss ich weniger weit laufen. Ja, ja, ja. Kommen Sie, kommen Sie. Ich kann die auch einmal runterschubsen, eigentlich. Na, fuck it. Kill him instead. Ah, da kann ich doch nicht hin. Okay, what else. Hey, hier kommt's, hier kommt's nirgends hin. I'm a dodgy motherfucker. Okay. Okay. Ja, ja, da muss ich noch zweimal schießen. Ich zahle einfach nur das Sterben ein bisschen auszögern. Das bringt doch niemanden was. immer der, der die Erfahrungspunkte bekommt, weil er braucht mehr Miniskill, nachdem er jetzt Seifer geworden ist. Ketlim und braucht da scheinbar auch mehr Miniskill. Nu, ju, 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 ju. Tut, du-tu-tu-tu-tu-tut. Einmal, zweimal. Du-du-tu-tu-tu-tu-tu-tu. dreimal. Wunderbar. Das ganze Klumper ist selbstverständlich nicht viel wert, aber wie gesagt, man nimmt, was man kriegt. Vielleicht ist da ein guter Sprig and Nest. Uh. Ich meine, mach mal. Schade, da ist kein Leader drin, es ist ein einziger Raider drin. Aber vielleicht, nachdem wir jetzt ein paar Kämpfe hatten, wo meine halbe Kompanie gewiped wurde, ist es ganz nett, dass wir mehr so entspannte Auseinandersetzungen haben jetzt. Es tut es mir wieder Leid, dass ich keine keine Flail habe da. Aber da müssen wir ihn halt messern. Wow. Okay, good start. Good start. Wir bringen euch schon mal in Messerposition hier. Du bist echt momentan nicht auf der Höhe, Graf Edi. Ich meine, er ist auch nicht da, aber ich merke da schon einen Zusammenhang zwischen Leuten, die nicht beim Stream dabei sind und die underperformen. Das ist kein Zufall mehr. Es ist also, wenn man nicht beim Stream zuschaut, während man benannt ist, quasi absichtliche Sabotage. True story. Wamp, 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 wamp. Hast du denn hier ein Messer? Du hast ein Messer. Na dann, äh, hau dich rein, mein Junge. Clean. Yay. Experience. Alle bitte brav das Messer zücken. Also, ich hätte dich kennen sollen. Da kommst du vielleicht noch zum Zurückhauen dazu. Oder auch nicht. Okay. Stab, stab. Stab. Wonderful. Ah, es war leider nur so eine Rüstung. Äh, der Loot ist nicht so schlecht. Dafür, was ist für ein Bullshit-Lager eigentlich. War die Frage, ob ich jetzt nochmal schnell zurückgehe nach Seelendorf, weil wir haben nicht mehr viel Platz. Aber ich glaube, ich schaffe das nicht mehr vor Einbruch der Nacht und da müsste ich noch eine ganze Runde... Ich glaube, wir... Wir rennen jetzt noch ein bisschen weiter. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Wo sind die Arks? Ich meine, Raiders sind auch cool. Aber wenn es eine Raider-Location gibt, dann hätte ich halt gern eine, wenn ich es mir aussuchen könnte, bitte, liebes Spiel, mit einem Brigand Leader drin. Da ist das Meer. Ich weiß nicht. Okay, gehen wir da drüber zurück. Also aber, in puncto Orks ist da einfach gar nichts. In puncto irgendwas ist da einfach gar nichts. Es gibt der... Da sind wieder nur untote Teppen. Bei dem Sumpf. Oder gar nichts. I guess. Okay. Ich meine, dann schauen wir halt den Streifen als nächstes an, würde ich sagen. Oh. Oh. Many Brigand Raiders. Hello. Please. Wait and see. Hallo. Hey. Wir wollen nur reden. Das ist eine Lüge. Ich will in Wahrheit gar nicht nur reden. Ich will sie umbringen. Wieso ist das nur plus zwei? Alter. Shit. Das brauchen wir da noch. Ich will aber dir aber kein Brawny geben. Okay. Overwhelm. Nimble. Dualist. Das ist Relentless. Ich könnte dir Footwork geben. Oder ich gebe dir... Vielleicht gebe ich dir wirklich fucking Student. Es gäbe es noch so. Es gäbe es noch so, was sonst so... Ich meine, nicht Student. Natürlich. Ich meine Gifted. Quickhands habe ich überlegt. Quickhands wäre vielleicht schon eine gute Idee. Nicht. Ich glaube, Quickhands ist möglicherweise die intelligenteste Idee. Allerdings, wenn ich ihm ein Schild gebe, dann hat er so wenig Fatigue. Dann gebe ich ihm vielleicht doch Brawny. Armour and Helmet, doch. Nicht Schild. Bringt nix. Und mein Recover wäre eigentlich auch wichtig. Ähm. Ich finde Quickhands einfach zu angenehm. Ich gebe dir Quickhands. Fuck it. Wo sind die überhaupt? Da sind sie. Also sie passt zu dem Assessinen-Dings, finde ich, wenn er Quickhands hat. Kill them. Okay, wir machen noch das. Und dann machen wir das Lager noch ausräumen. und dann werden wir es für heute bleiben lassen. Habe ich eigentlich eine Pause gemacht? Ich habe nicht mal eine Pause gemacht, oder? Ich glaube, ich war zu mitgenommen von dem, vom Anfang, dass ich mich überhaupt daran erinnern konnte, dass ich vielleicht eine Pause machen gerne würde. Wieso haben die alle keine Initiative? What the fuck? Normalerweise haben die doch immer Initiative. Äh. Lauft sie ja weg, oder so? What is happening? Äh. Wir beenden die Runde mal. Thank you. Nope. Nope. Noch nicht, noch nicht. Ich, ich brauche einfach Flails, ich brauche Flails gegen Brigand Raiders. Wann merke ich mir das endlich? Demmeisen bin ich so ein Flail-Fanboy und in dem in dem Playthrough habe ich jetzt nie Flails. Und das ist immer ein Fehler. Servus, Hallerseits. Freut euch kennen zu lernen. Bam, Steam. Äh. Wer ist Messerable? Du wärst Messerable, aber ich glaube, der wird der, den wir am Schluss messern. Ja, ja, ja. Du kommst nerven. Das war ja eh klar. Du gehst hier hin. Du. Ich mein, bisher habe ich nur die, ich könnte dich messern. Technically speaking. Ich hoffe, ich stecke nur nicht genug, also zu viel Bullshit ein in der Zwischenzeit. Du kannst bis hier hingehen. Oh, du hast nicht zu viel Rüstung. Oh, okay. Äh. Du kannst dein. Oh. Oh, shit. Endlich habe ich gedacht, das wären weniger. Mit dem habe ich jetzt nicht so gerechnet. Oh, nice. Nice. Well done. Ah, aber es sind immer noch die beiden im Ersten, die Messerkandidaten. Du kannst ihn mir gerade auf zu wenig schießen. Mhm, mhm, mhm. Oh, ihr macht's gar nix. What? Okay, mal in die Richtung. Du kannst dabei mal hier hin. Ähm. What a dude. What a dude. Graf Eli. Ease. Ah, by the way, ich könnte mir jetzt ein Schild geben. Ciao, Venti. Schönen Abend wünsche ich dir. Okay, er kommt nochmal dran. Bäm. Naja, naja, naja. Das hat man davon. Okay, der ist schon weg. Das heißt, du kannst jetzt da mal eigentlich so ein bisschen in die Offensive. Servus Katze. How's it hanging? What the fuck is your problem? Du nicht schon wieder so, als wärst du im Sterben. Du bist überhaupt nicht im Sterben. Können wir mal festsetzen. Ähm. Können wir mal dafür sorgen, dass du nicht allzu viel äh, Blödsinn machst hier. Ah, du fließt noch nicht. Au. Du, 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 du. Stab. Ja, ein bisschen traurig, dass wir den nicht gekillt haben. Das hat mich ein wenig traurig gemacht. Sehr gut, er kommt nicht mehr dran und er möchte zäh fliehen. Die Axt hätte ich vielleicht gerne. Die sind wie nice. Ich freue mich, wenn wir irgendwann Schraatz bekämpfen müssen oder solchen Unfug. Oh, du kannst ja... Warte mal, du kannst ihn noch stabben. Look at you go, du bist so ein fucking Speedy Gonzales. It's amazing. Gut geblockt. Ähm, bam. Schade. Ich bin gerade die ganze Zeit so überrascht, wie weit wir laufen können, weil wir die ganze Zeit nur im fucking Wald oder so gekämpft haben. Das macht zu viel mehr Spaß. Okay, den hat man gekillt. Ich meine, du musst jetzt dann auch mal langsam dein Buttermesser ziehen. So ist es ja nicht. Äh, same here. Wobei, du hast dann tatsächlich einen Teuch und kein Buttermesser. Bäm, goodbye. Bäm, goodbye. Nice. 210er. Ja, bär, 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 bär. Das, das war mal lohnend. Okay. Ähm, wir gehen trotzdem jetzt kurz nach Seelendorf, weil ich einfach Bullshit loswerden muss. Und dann gehen wir zurück zum, ähm, zum Lager da oben. Bämst die, bämst die. Ich meine, für die Hexenfights wären die gut, aber ich mag es nicht, die zu behalten. Nur für die, für die Hexenfights. Du kommst weg, ihr beiden kommst weg, einer davon kommt weg. Das kann man dabei behalten. Ähm, weg mit dir. Hier, soviel von denen muss ich auch wieder nicht halten. Du kommst weg. Weg damit. Yes, weg damit. Weg damit. Weg damit. Die beiden sind auf 58. Okay, das reicht, um das Lager ausräumen zu können. Beziehungsweise Neues zu essen. Nein. Äh, es gibt jemanden Neuen zu heilen. Oh, wow. Oh mein Gott, ich dachte kurz, das wäre ein Jäger. Nope. Nope. All the same, all the same. Wir haben allerdings noch erstens ein paar Level-Ups. Ah ja, die mache ich zum... Ich weiß aber immer noch nicht wirklich, wie ich das hier machen soll, ehrlich gesagt. Du brauchst den Plus-4er hier mal kurz. Ich meine, gehen wir dir mal Backstabber oder Anticipation? Gehen wir dir mal Backstabber. Maggot Priest. Du kriegst, du kriegst die Plus-4er hier. Du kriegst die Plus-3er hier. Und du kriegst mal Plus-3er hier, damit du ein bisschen besser triffst. Als nächstes kriegst du Fortified Mind. Und als nächstes kriegst du dein Rally schon. Wunderbar. Epoe, leveled up wie blöd. Obwohl er mir eigentlich recht egal ist. Du kriegst die Rotation als nächstes, damit du dich in den Weg werfen kannst. Für die Wichtigen. Okay, die gesamte Frontline hat jetzt gescheite Teuche mittlerweile. Du hast auch einen gescheiten Teuch. Du hast ein Buttermesser. Du hast noch kein Buttermesser. Warum benutze ich nicht Tryout? Es gibt dir doch nur, es gibt dir doch nur, ähm, was, die, die Traits, die sie haben? Zeigst du überhaupt, es zeigt dir nicht an, welche Sterne sie haben, oder? Wir können es eigentlich mal ausprobieren. Warte mal bei ihm. Kostet ja nicht zu viel. Tryout. Ja, ich sehe, dass er Bleeder hat. Doesn't help me. Also, ich benutze Tryout nicht, weil ich Tryout für, äh, Garbage halte. Und ich wusste nur jetzt, ich war mir gar nicht sicher, ob sie es vielleicht geändert haben durchs DLC, aber, äh, apparently not. It's exactly the same crap as before. Du, 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 warte mal. Sonst noch irgendwas zu verteilen? Na, oder? Sonst schaut mal eh gut aus. Äh, Kettle Mold Hammer Boy. Wie geht's dir eigentlich so? Na, das ist doch nicht genug. Defense, damit wir dich zum Zweihänder machen können. By the way, äh, wir geben dir mal die Rüstung. Ich bin halt schon ein paar so ein bisschen eingeschlagen hier. Aber es hat jetzt nichts danach ausgeschaut, als wären da besonders, äh, haben wir gesehen, was da drin ist? Many Armored Wiedergängers. Ah, das sind gar keine Briganten. Na, das ist keine Side. Äh, wir können kurz ein bisschen hier chillen. Keine Ahnung, so bis Evening, damit ein bisschen was repariert wird. Und dann hauen wir uns rein. Ins Gefecht. Schade, ich hab gehofft, dass das irgendwie, ich hab gehofft, das wären nochmal Brigants. Ich würde da nicht so viel rausstellen. Es sind neun Armored Wiedergängers. Das ist auch ziemlich easy. Aber ich mein, das Lager war auch relativ nah an einer Stadt. Je näher die Lager an einer Stadt sind, desto tendenziell einfacher sind sie und desto tendenziell weniger Loot gibt's. Äh, wir können ja, außer mit dir, können wir eigentlich mit allen einfach die Runde beenden. Alle dürfen wieder warten. Also, ich mein, du kannst versuchen, ihn zu killen eigentlich. Schade. Wir hätten Spear Wars machen können. Ja, das macht keinen Unterschied. Also, es macht keinen großen Unterschied. Alright, ähm, es ist Stabby-Time. Ah, schade. Ah, warte. Nice. Ich hab mir kurz gedacht, der Sperrträger killt ihn nicht. Ich kann einen anderen angreifen. Und dann, wenn ich mich daran erinnere, dass ich da vielleicht ein bisschen den Schaden überschätze, den mein lieber Sperrträger macht. Ah, du hast schon. Nein, killt ihn nicht einmal jetzt. Stab? 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 Hm. Not enough Stabs, apparently. Mh, das ist übertrieben hier. Durfte ich losgehen sollen. Oh, schade. Beide zu treffen, hier wäre geil gewesen. Nice. Set ist fein. Schade. No, das hat auch an die Schaden gemacht. Okay, da war jetzt nur einer wieder auferstanden. Können wir alle in der Runde killen? Possibly. Sad. Nice. Okay, da wären wir mal fertig. Das noch zweimal jetzt. Nice. Almost. Come on. Yay. Okay. Weil dann, wenn man alle auf einmal... Sie würden ja wieder auferstehen. Das heißt, wenn man es schafft, in einer Runde alle zu killen, dann kommen die meisten davon nicht mehr dazu, wieder aufzuestehen. Was angenehm ist. Wir haben Silberlöffel bekommen. That is cool. Waren wir gerade unten oder oben zuerst? Oben, oder? Das heißt, wenn wir dann nach unten gehen. Alright. Gut ist es für heute. Nächster Stream. Wird stattfinden. In all likelihood. Wenn ich mich nicht irre. Am Montag so circa um vier wieder. Ich weiß, wir fangen mal auch um drei an. Wahrscheinlich aber eher vier am Montag. Ich werde es aber auch noch ankündigen auf YouTube. YouTube-Channel hat den gleichen Namen wie der Twitch-Channel, nämlich Böser Gummibaum. Dort kommen auch die ganzen What's drauf, falls ihr bei Twitch schon gelöscht sind und ihr was verpasst habt und es nachholen wollt. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, einen schönen Abend und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Servus.